Aufnahme. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück mit einem neuen Stargast hier. Steve, Alter, ich habe mir ja versucht, dich reinzukriegen. Endlich bist du da, endlich hat es geklappt. Ich freue mich total, dass du endlich da bist. Denn was wäre eine Bildungselite oder eine Massenkonferenz ohne Mr. Masse? Danke, dass du da bist. Ich freue mich tierisch. Ich danke dir auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich habe ja dir immer gesagt, wir machen das noch. Ich habe mein Wort gehalten, denke ich jetzt. Hast du. Ich freue mich auf den Podcast mit dir. Ja, und das so kurz vor Weihnachten. Ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich. Hast du schon alle Geschenke? Nee, ich muss heute noch am 23. noch los. Ich bin immer so der Spätzünder. Ich bin schon am 24. losgelaufen. Für mich ist Weihnachten halt auch immer so ein bisschen mehr oder weniger Stress. Weil ich finde, man kann auch so mit der Familie zusammensitzen und das Ganze genießen. Das ist immer so eine Art Verpflichtung. Die Weihnachtstage. Dann musst du da hin, dann musst du hier hin, dann musst du da hinfahren, dann musst du noch mal da hin. Und dann kommst du am 27. wieder nach Hamburg zurück und denkst, meine Familie ist auch woanders in Schwerin. Und dann muss ich wieder zurück. Dann habe ich zwei, drei Tage bin ich unterwegs gewesen. Und wir sind ja nur Bodybuilder und nicht so, weißt du ja, mit Mahlzeiten und Essen und alles und mitnehmen und tun und machen. Dann bin ich ja dann ein bisschen nicht so flexibel. Und dann kommst du zurück und bist gestresst. Bist du froh, wieder zu Hause zu sein, dann? Musst du dich auf eine Art erstmal erholen von Weihnachten, weißt du? Ja, ja. Wie feierst du denn Weihnachten? Also du hast schon gesagt, du fährst wahrscheinlich nach Schwerin. Ja, ich fahr dann morgen nach Schwerin zum Heiligabend hin, wir gehen dann essen erstmal in ein Restaurant mittlerweile. Früher hat meine Oma noch gekocht, die ist aber schon 92 jetzt und da lässt meine Mutter sie nicht mehr am Herd. Und dann gehen wir zum Chinesen schön, so all you can eat. Und dann später zu der Oma und dann wird dann, die anderen saufen sich ein und ich guck zu. Ja. Ich esse dann Proteinriegel oder Proteinshake oder sowas später und so. Oder bestell mal eine Pizza oder irgendwie was denn. Ich wollte gerade fragen, also du, ich meine, die Antwort kenne ich eigentlich, weil du ja eigentlich auch ein Lebemann bist, was Essen angeht. Du wirst dich wahrscheinlich nicht zurückhalten oder dann irgendwie auf bestimmte Sachen achten an Weihnachten, oder? Ja, warte mal kurz, jetzt ist hier irgendwie was. Ja, ich bin da nicht so der affine Internettyp. Nee, wir mussten Steve gerade retten, dass er irgendwie auf einem Podcast teilnehmen kann. Nee, genau, wie gesagt, du bist ja hier nicht jemand, der irgendwie sich doll restriktiert oder sowas. Aber achtest du da an Weihnachten dann schon irgendwie ein bisschen drauf, vernünftige Sachen zu essen oder gönnst du dir komplett? Nee, ich gönne da schon komplett. Also vernünftig in dem Sinne, dass ich ein bisschen Protein drin habe, dass ich nicht nur da oder dass ich mich nicht wie der Normalbürger mit Bier vollsauf oder mit Schnapse und so. Und meine Familie trinkt dann auch mal einen Schnaps dazu noch oder verteilen da Schnaps und stoßen an oder einen Sekt. Das mache ich nur nicht. Also Alkohol ist eigentlich so gut wie tabu. Aber ich esse halt da mit, du weißt, das esse auch mal, weiß ich, dann ist da bei meiner Oma auf dem Tisch, ist dann auch ein Weihnachtsmann und ein Schoko-Taler da oder Plätzchen. Oder da esse ich auch mal ein Plätzchen mit und so, aber ich versuche dann schon trotzdem zwischendurch mal, um das Eiweiß aufzustocken, noch einen Riegel zu essen mit Eiweiß oder ein Shake oder hab auch was mit noch oder sowas. Wie lange trinkst du schon dann kein Alkohol mehr? Wie lange? Wie lange trinkst du kein Alkohol mehr? Naja, was weiß ich, ich trinke schon manchmal, im Sommer trinke ich mal einen Alster. Da ist schon mal Alkohol drin, aber sonst so richtige Alkoholgesaufe, so richtig, wo man sich da die Kante gibt, das war zu der Hochzeit von meinem Kumpel letztes Mal, 2014 oder so. Ja, krass, ja. Ja, man hört ja immer so, Steve, der gibt irgendwie einen Scheiß darauf, wie er sich ernährt, bla bla, aber im Endeffekt, das ist das, was man halt mitkriegt auf Instagram, ne? Weil du bist, glaube ich, schon relativ konstant dabei. Ja, ich bin jetzt nicht so der Verfechter von diesen ganzen, wie die Leute da mit diesen Tracken und so, davon halte ich nichts, das ist für mich blöd, das ist sich unter Stress setzen selbst, so, das ist für mich so, also ich bin nicht der Kontrollfreak, so. Und ich bin auch sowas, aber jetzt hier gerade, Postmann hat gerade die Rechnung durch den Schlitz geworfen oder gestern kam hier mein Hausmeister, weil mein Herd nicht geht, mein Ofen nicht, da muss er, wollte er, habe ich so einen Herd eingebaut gekriegt hier, dann wollte er die Gebrauchsanweisung haben. Da war vor einem halben Jahr hat er das eingebaut, da sage ich, du, keine Ahnung, wo die Gebrauchsanweisung ist, Alter, guck mal mein Papierkram an, da habe ich ihm gezeigt hier, so, weißt du, da war. Also ich bin allgemein da in der Hinsicht nicht so der Tabellentyp, so, weißt du, der alles so ausschreiben muss und Tabelle und wissen muss und so, ich weiß auch, mein Kontostand gerade nicht genau oder was, wer, wo, welche, also ich bin da nicht so der Kontrollfreak, der alles, oder bei der Diät mit den letzten Zahlen und wie viele Kalorien, da fragen mich, wie viele Kalorien, keine Ahnung, wie viele Kalorien. Aber das sind so Leute halt, die dann, ich habe erst genau 3.572 Kalorien, so, weißt du, oder, oder, oder dann beim Gewicht, wenn da steht auf der Waage, äh, 99,8, dann ist es für mich 100 Kilo, weißt du, und nicht irgendwie 99,8 oder, oder, wenn die 99,2 steht, ist es 99 bei mir, also, so bin ich halt da, weißt du, also ich bin da so, äh, ja. Das heißt, wenn du dich selber vorbereitest, gehst du eigentlich nur nach Waage, Spiegelbild und sagst dann, okay, mehr essen, weniger essen. Ja, ich weiß schon ungefähr, so ein bisschen kalorientechnisch, wenn ich das ausrechne, ich, 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 ich rechne halt gar nicht die Kalorien, ich rechne nur die Kohlendrate, das Fett und das Eiweiß, so ungefähr, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann die Hähnchenbrust da, dass ich dann, wenn ich dann planen wäre, wäre, dass da 250 Gramm Hähnchenbrust sein müsste, kann auch mal 260 oder 270 halt sein, weißt du. Ja, ja. Und dann ist halt Eiweiß ja auch ein bisschen mehr oder weniger oder macht den Braten nicht fett, sag ich mal so. Glaubst du, dass die meisten Leute sich ja so ein bisschen verkopfen und stressen? Ja, glaube ich, ja. Die meisten sind Freaks, also, ich glaube, das tut dann auch dauernd nicht weiter. Das ist, äh, das ist Stress für den Körper selber, wenn du dich da so unterdrückst, dann musst du ja auch so, meinetwegen, bring ich mal ein gutes Beispiel jetzt, äh, hast du eine Freundin? Ja. Und, äh, und, also, du als Mensch hättest, als Bodybuilder hättest du eine Freundin, meinetwegen, und die ist jetzt einen Tag bei dir da, und dann hast du dreimal am Tag mit der Sex, und ballerst sie da eine halbe Stunde durch, dann hast du ja auch verbraucht, so. Und, äh, die eh so. Und dann morgen, morgen ist sie nicht da, und dann hast du ja diese dreimal nicht. Was machst du denn dann? Mit der ganzen Entrechnung, weißt du? Da musst du ja sagen, oh, guck mal, gestern hab ich aber, weiß ich nicht, 600 Kalorien extra verbrannt, so, äh, heute nicht, äh, also, weißt du, wie meinetwegen, diese Rechnung, musst du ja so, musst du ja sagen, oder, weil die Leute dann auch anfangen manchmal so, ja, ich hab noch Schritte offen am Abend, so, weißt du, also letztes auch so, wo ich jetzt unterwegs war, also, Kollege da auch, ja, ich komm noch mit spazieren raus, ich muss noch mal raus, ich muss noch Schritte nachholen, und so, wo ich so denke, Alter, was musst du da? Ja, das ist mir alles, das ist mir alles Humbug, das ist, aber nicht zu Oldschool, so, das bin ich, das ist alles mehr Blödsinn, so. Da werde ich jetzt vielleicht einige Feinde hier finden, oder so, aber ich, das ist alles Verkomplizierung und Blödsinn und, und auch Schritte sammeln, davon hatte ich auch nichts, das ist alles so Trends, so, weißt du, Schritte sammeln, tracken, äh, dann das Ganze so auch verkomplizieren, so, das ist alles so, boah. Dein Teamkollege Rico, der meinte letztens auch im Podcast, dass er zum Beispiel kein Cardio mehr macht, weil ihn das total gestresst hat, und dass er dadurch halt eher dann Wasser gehalten hat, als dass es ihm geholfen hat. Ja, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Rico ist ja auch so mit dem, der ist auch da so ein Tracker-Typ, so, ich will jetzt nicht, äh, ich mag ihn gerne so, aber er ist da auch so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen. Verkopft? Ja, manchen singen auch so, dann hat er die Uhr, dann muss er tracken, und auch, und dann weiß er genau, wenn wir was essen gehen, wir waren ja jetzt beim Olympia unterwegs. Genau. Da haben wir was essen, und da weiß er immer genau, welche, was Kalorien hat, dann waren wir beim Cheesecake Factory, dann guckt er da, äh, der, der Kuchen hat genau so und so viele Kalorien, das Stück, oder die Mahlzeit, oder das Essen, und so, das, also das ist für mich immer total unrelevant, so, weißt du, aber er weiß das immer alles, wie viele Kalorien das hat, und das, und so, und, äh, das ist für mich alles total unrelevant. Aber der Rico, ja, Cardio kann natürlich auch stressen, klar, da hat er schon irgendwo recht, äh, ist auch Stress für den Körper, klar, kann man so sehen, aber, wie gesagt, wie willst du halt sonst, äh, dann, äh, äh, ist seine Fettverbrennung, wenn er sie nicht durch die... Ja, ich glaube, er sammelt dann Schritte, tatsächlich. Ja, gut, ich meine, ja, wie gesagt, von Schritte sammeln halte ich jetzt, ja, 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 dann kann man auch, äh, weiß nicht, andere Sachen sammeln, Claudini sammeln, rauf und runter. Handbewegung. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze sammeln. Das gibt's, wenn ich mal die App dafür rausbringe. So, weißt du, weil er verbraucht ja auch Kalorien. So. Ähm, glaubst du denn, dass zum Beispiel so Athleten, ich meine, mit Tobi Hane warst du ja auch mal auf Gran Canaria, und der ist ja nun extrem, was so Struktur und, ähm, Abwiegen und alles angeht. Glaubst du denn, dass Tobi so gut ist, weil er alles perfekt macht, oder glaubst du tatsächlich, dass er sogar besser wäre, wenn er sich da weniger stressen würde? Naja, bei Tobi kann ich das schwer beurteilen. Bei Tobi würde ich noch sagen, der braucht das erstmal für sich selbst. Ähm. Den Stress ist wahrscheinlich, wenn er das nicht macht, ne? Genau. So, 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 so ist er. Also, ich kenne ihn ja schon sehr lange, und ich kann kein schlechtes Wort über Tobi lassen, er ist sehr fleißig, er ist, äh, so auch, äh, immer mir, mir sehr, sehr gerade gegenüber, und, und, und ich verstehe mich sehr gut mit ihm, und muss sagen, was er jetzt zuletzt geschafft hat, ist, äh, Respekt. Also, er sah sehr gut aus, hat jetzt auch Pech gehabt mit dem, ähm, danach dann hat er irgendwie so einen Virus mitbekommen, und, äh, ja, er ist halt, er ist halt ganz anders da als ich, so, ich bin da halt, also, wo wir da auf Gran Canaria waren, da haben wir uns schon, musste ich schon ab und zu mal schmunzeln und so, haben uns auch gegenseitig nochmal so hoch, hoffs genommen, aber er ist halt auch so ein Typ da, das mag ich so auch nicht mehr, er ist dann auch keinem böse, wenn man da so mal ein Späßchen drüber macht, oder seine, seine Art so extrem zu sein. Ja, er, er kontert dann eher so, dass er bei mir noch so, mir mal so einen, äh, Stichhieb gibt, und sagt, hier, Steve, so und so, und, ja, das ist halt, jeder macht das auf seine Art, jeder macht das, ich finde immer, man muss das so machen, dass man sich wohlfühlt, dass man sich unter Stress setzt, dass man sich eben, äh, wie gesagt, bei dem ganzen Sport auch Spaß dabei hat, und, äh, ich denke, das hat er, und, äh, ja, bei ihm ist es so, er braucht das halt auch bei diesem Trainingsbuch und alles, und, und alles aufschreiben braucht er also wahrscheinlich. Mhm. Aber, da gibt's dann halt auch, wie gesagt, zigtaus Leute, die sich damit, äh, immens, wahrscheinlich unter Stress setzen, so, oder? Mhm. Und die Frage ist eben doch bei Tobi, wie wär's, wenn er das mal anders macht? Wenn er, wenn er, wenn er so nicht macht, so. Ich meine, jetzt hat er jetzt auch den, 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 den Stefan, seitdem er den Stefan an der Seite hatte, den, Stefan Gietze läuft das ja sehr, sehr gut, früher hat er das ja auch so ein bisschen mit anderen Trainern versucht, äh, und da war dann, ähm, die Form auf, also, im Endeffekt zählt er vor uns Wettkampfbodybill, die Wettkampfform, da war sie ja noch nicht so gut. Also, ja, jetzt hat er so seinen Weg gefunden, denke ich mal, so. Ja, ich glaube, die passen auch zu gut zusammen, die beiden. Also, für ihn ist das auf jeden Fall richtig, was er zur Zeit tut, was er macht, äh, die Ergebnisse sprechen für sich. Er ist ja auch genetisch nicht, äh, muss man ja ehrlich sagen, ist er nicht, äh, wie als ein, boah, wie jetzt ein Philhied begeben, begeben, so, ne? Also, auch so von der Körperstruktur her zu langen Oberkörper, kürzere Beine oder die Beine auch allgemein sind jetzt nicht, äh, das, äh, was bei ihm am meisten wächst, aber er gibt, äh, sich Mühe und, 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 äh, kommt was. Also, ich bin der Meinung, der wird sein Ding noch machen, ne? So, der bleibt, der bleibt hartnäckig, der ist, der ist dabei, ne? Ja, er ist ein Arbeiter, ne? Und ich glaube, Stefan hat auch einen richtigen Coach da gefunden. Also, der, wie gesagt, ist ein Arbeiter, der hat, glaube ich, so seinen Weg gefunden, der kann sich jetzt wahrscheinlich auch noch die nächste Zeit verbessern, denke ich mal. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Coach? Ja, ich bin kein Arbeiter. Ne, ja, Spaß bei der Seite. Ne, ich bin, äh, ich bin auf meiner Art ein Arbeiter, sag ich mal so. Ich bin, äh, ja, ich bin, das ist für mich selbst so, ich, äh, ja, wie gesagt, ich brauche das nicht mit aufschreiben, ich brauche, ich habe alles im Kopf hier. Bei mir ist immer die Boosterkeit im Kopf. Alles beginnt im Kopf. Alleine, äh, ja. Ja, ich muss halt nicht, äh, bei mir ist es im Kopf, ich gehe ins Training. Bei mir ist das schon so, wenn ich mich nicht fühle, dann gehe ich nicht ins Training erstmal. Mhm. Also, dann, äh, ich weiß genau, ich gehe nur ins Training, wenn ich genau weiß, heute kann ich gute Leistung bringen. Und, äh, dann habe ich eben im Kopf, was ich letztes Mal ungefähr hatte. Und wenn ich es eben nicht, äh, wenn ich eben dann wieder das Gleiche schaffe oder so, oder ich gehe nach Körpergefühlen. Ich gucke dann, ich mache mich beim Bankdrücken, Schrägbankdrücken da warm, dann mache ich 100 Kilo, dann gehe ich hoch. Und dann denke ich so, oh ja, fühlt sich gut an. Heute kann ich mal, letztes Mal habe ich 120 genommen, heute kann ich mal 125 oder 130 mal versuchen. So mache ich es halt so. Aber ich bin halt auch kein Typ, der sich da jetzt an die Gewichte festhält, so. Oder an die, das ist ja auch so, so Trend, diese PRs, PRs, das, äh, schreiben sie ja bei Instagram dann auch immer runter. Heute neue PR geschafft und so. Das PR ist für mich, äh, unwichtig. Also ich habe andere Motivationen. Also andere Sachen, andere Dinge motivieren mich. Wenn ich im Spiel gucke und sage, du siehst geil aus, dann, das motiviert mich zu. Weil es mich motiviert halt genau auch immer mal, wenn ich, äh, Kritik bekomme oder wenn Leute schreiben, du siehst scheiße aus, das motiviert mich auch zu. Ja, ist das so? Ja, ja, das motiviert mich mehr als, wenn einer sagt, du bist gut oder so. War immer schon so. Krass. Ja. Aber nochmal zur Frage, wie sieht es denn jetzt aus bei dir mit einem Coach? Kannst du dir, hast du dir mal jetzt Gedanken drüber gemacht? Ich meine, du hast ja letztens mit Danny auch einen Podcast gehabt, wo ihr drüber gesprochen habt. Und, ähm, wo ihr dann auf die Quintessenz gekommen seid, dass deine Zeit im Bodybuilding-Business ja auch irgendwo begrenzt ist. Zumindest jetzt, was, ähm, Richtung Mr. Olympia oder sowas angeht. Oder Profi-Kar, Profi-Win. Ja. Ähm, und Danny hätte dir nahegelegt, sich vielleicht doch mal irgendwie mit einem Coach auseinanderzusetzen. Hast du das mal ein bisschen sacken lassen und drüber nachgedacht? Äh, ja, hab ich so. Ich will das jetzt nochmal, also, ich finde auch das Coach, also, erst mal zu der Frage, ja, nee, hab ich zwar, aber ich werde 2000, also das nächste Jahr jetzt, äh, weiter alleine machen, mein Ding dann. Weil ich bin auch gar nicht der Typ so für dieses Ganze, äh, ich hab ja immer mit Danny so gesagt, so nicht direkt Coach, sondern vielleicht so ein bisschen auseinandersetzen oder ein bisschen Meinungsversicht, sowas hab ich ja immer schon, hab ich ja immer schon den Manuel oder die Martina, mit der hab ich gestern noch geschrieben, mit denen tausche ich mich ja immer schon aus. Oder ich hab meine gute Freundin Alexandra Schmid, die war auch mal auf der Bühne, die ist, äh, auch, ähm, allwissend oder kennt sich viel aus und mit der tausche ich mich dann auch mal aus. Oder vor dem Wettkampf gab's das auch schon, dass ich sag, guck mal, hier und so, oder meinst du, ich müsste hier nochmal da und das? Austauschen tue ich mir gerne so immer noch mit anderen, aber ich brauch halt keinen, oder ich bin auch nicht so der Typ, der dann da sagt, äh, oder der anruft da, ey, sag mal, was soll ich jetzt essen? Und darf ich jetzt auf Toilette? Und muss ich jetzt nach links laufen? Oder muss ich nach rechts? Oder, oder darf ich mich ins Bett legen? Oder weiß ich nicht was. Also, so vertrieben gesagt, so weißt du. Ja. Das ist, äh, ich weiß schon selbst, äh, was man so, ich hab ja, wie gesagt, ich mach den Scheiß seit 20 Jahren, so, in Anführungsstrichen Scheiß, so, ich mach's ja gerne, ich lieg das ja, aber ich, äh, wenn du nachher das seit 20 Jahren machst, du bist dann, äh, gehst damit anders um als, als, als die Neulinge, so. Da kommen dann, wenn man jetzt, heutzutage, wenn ich das beobachte bei Instagram, da kommen sie dann, so, die, die werden ja auch schnell Profi heutzutage, die, 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 die Leute so mittlerweile, die machen dann, da sind ja dann Profis dabei, die dann fünf Jahre den Sport machen, so, also, ich bin Profi geworden nach, äh, ich glaub 15 Jahren Training oder so, also, mit, mit knapp 30 bin ich ja damals Profi geworden, oder, ja, ja, 18, 20, so, und, und hab dann schon bestimmt schon acht oder zehn Jahre fast Wettkämpfe gemacht, ne, also, ich hab jetzt seit 20 mach ich Wettkämpfe, hab bestimmt, der Ben hat mich jetzt dann auch gefragt, wie viele Wettkämpfe ich gemacht hab, oder was meine Erfolge, hab ich alles schon, äh, oder ist auch eigentlich, heutzutage fragt keine Sau mehr, dass ich, äh, Weltmeister bei den Junioren 2004 wurde, dass ich, äh, 2002 Gesamtsieger bei der, bei der deutschen Meisterschaft bei den Junioren wurde, also, ich hab als Junior schon, da gut abgeräumt, oder gut, äh, ausgesehen, und war da schon Talent, als Talent gesehen worden, und hab dann aber erst relativ spät dann die Profikarte geholt. Ja. Das würde heute, glaub ich, so, heute seh ich dann bei uns aus Hamburg hier einen Kollegen, der ist grad immer Juniorendeutscher Meister geworden, der wird jetzt, der sagt dann so in so einem Video da, ja, ich mach jetzt zwei, drei Jahre Aufbau, und dann werd ich Profikarte holen. Wo ich so denk, so, ja, klar, mach mal eben schnell Aufbau, und dann mach mal Profikarte, ja. Aber so ist es ja leider am heutigen Tage, in Anführungsstrichen leider, weil die Profikarten werden ja auch, meiner Meinung nach, so sehr, bisschen verschenkt, so, oder ist das ziemlich einfacher, als wie vor Jahren noch da Profi zu werden? Oder teilweise sind ja, gibt's ja irgendwie Profis, wo du dann denkst, wer der, wie heißt der? Kenne ich nicht. Weil es so viele sind, ne? Ja, mittlerweile ist es alles, und auch so, gestern hat der Roman, hab ich vom Roman Fritz nochmal einen Podcast gesehen, mit dem Erdem, da meinte er auch so, die Profis, die wir ja aktuell sind, die Bekannten, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, die Erfolgreichen, jetzt, die jetzt, so wie jetzt der Tim, wie jetzt der Roman, und wie jetzt vielleicht auch mich oder so, oder noch ein, äh, Enrico Hoffmann, so, wenn du die vergleichst, wir sind ja jetzt gut gewesen, so teilweise, aber das ist ja kein Maß, im Gegensatz zu einem, früheren Markus Rühl, Ronny Rockel, Günther Schlierkamp, äh, äh, wer fällt mir da noch ein? Dennis Wolf. Dennis Wolf, äh, Dennis James, also, vergleich die Jungs mit uns, die haben beim Olympia jedes Jahr teilgenommen, ne, also, das ist ja, und wir müssen uns, äh, einen Arsch abackern, dass wir die Olympia Quali überhaupt mal schaffen, so, weißt, das ist halt, will jetzt nicht die anderen Jungs schlecht machen, ich, ich zähle mich ja selbst dazu, oder hab's ja auch beim Podcast von Benni schon gesagt, das ist natürlich, äh, kein Vergleich, so, weißt, also, das hat sich schon geändert, sag ich mal so, weißt du, es ist alles schon, ähm, eben, wie gesagt, etwas einfacher geworden, Profi zu werden, oder, und allgemein, diese ganze Bodybuilding Szene, oder die ganze Instagram Szene, ist halt auch so, dass es halt auch viel so, für mich manchmal auch viele Wichtig-Turreihe ist, manche nehmen sich selbst zu ernst, und, und, äh, boah, ja, da denke ich manchmal auch so, manchmal ist weniger mehr, so. Ich hab manchmal auch das Gefühl, dass die Leute auf Pro Qualifier fahren, nicht irgendwie, weil sie Profi werden wollen, sondern weil sie den Profistatus in ihre Instagram-Bio schreiben wollen. Genau, das ist das Ding, genau, das hat ja schon die Martina letztens in so einem Podcast gesagt, heute sind ja auch alle Coaches, das ist ja auch noch so zu belächeln, weil du auch, wie gesagt, das Thema Coach eben an, äh, äh, heute ist es ja in, ein Coach, oder heute musst du ja einen Coach haben, so, weißt du, dann steht da der Date und dann Mutter Coach, so, das hat es früher alles gar nicht gegeben, sowas, also, und die Leute sahen auch gut aus, so, also, ich wüsste nicht, dass Kevin Leroni, der gut aussah, der auch einen guten Bauch hat, eine gute Teile, immer hart war, auch, dass der mit irgendwie, dass der einen Coach hatte, habe ich nie gehört oder gesehen, irgendwie so, also, dass der mit irgendeinem Coach angepriesen hatte, ich weiß nur, dass Ronny Coleman hatte, glaube ich, noch den, Chad Nichols, hatte den noch damals, irgendwie so, und, und Dennis Stilms damals auch den, den, den Rastas, aber, viele damals hatten auch keinen Coach, wie gesagt, das ist alles so auch so, so dieser Trend halt, es gibt so viele Trends, die mir ganz ehrlich gesagt auf den Sack gehen, so, wo ich dann eben auch nicht, ich bin auch überhaupt kein Typ, der einen Trend mitmachen muss, genau wie jetzt zuletzt mit diesem Avatar-Scheiß-Star-Bild, da musste ich auch nur drüber lachen, das ist alles Blödsinn. Auch dein Banana-Joe sah doch gut aus. Ja, der sah gut aus, der war, der war, der war ja die Verarschtung, also, wie gesagt, ich befasse mich mit wichtigen Dingen, und, ich sage immer so, ein Coach heißt ja nicht gleich, dass du unbedingt besser wirst. Ja. Wie ich gerade vorhin erwähnt habe, der Tobias hatte ja auch vorher ein paar gute Coaches aus Amerika, den von Nick Walker, glaube ich, mit dem ist er ja auch noch nicht besser geworden. Ja. Also, ich sage mal, ein Coach ist nicht gleich immer das Nonplusultra dafür, dass man, also für junge, für unerfahrene Leute, sage ich mal so, die jetzt in den Sport reinrutschen, ist es gut. Also, jetzt nicht falsch verstehen, für junge Leute, oder für die, die Leute, die gerade so anfangen zu trainieren, die, die sollten sich auf jeden Fall ein Coach nehmen. Also, die jetzt gerade den Sport anfangen und ins Fitnessstudio gehen und sich sagen, vielleicht will ich das mal ernster betreiben, muss er auch nicht unbedingt Bühne sein, oder muss er auch nicht unbedingt oder für den Strand, oder dass sie selber gut aussehen wollen, oder die können sich gerne, die sollten sich schon einen Coach nehmen, der da auch die Patronik drüber hat, der auch sagt so, hey, wie siehst du denn heute aus und wie siehst du denn zwei Wochen aus, oder was, oder denen sie anrufen können oder schreiben können, ey, ich habe irgendwie gerade Bauchschmerzen, was soll ich machen, oder Dünnschiss, was soll ich essen oder was soll ich trinken, oder weiß ja gar nicht, oder wie das Training ablaufen soll, das ist alles schon dort gegeben, also da halte ich schon was von, aber für Leute, die jetzt Wettkämpfe machen und die auch schon lange ihr eigenes Ding machen oder so, da heißt es ja nicht unbedingt, dass die auch schon die Erfahrung haben oder auch schon alles da, Peak Week und all den Krams schon durch haben, mehrere Male, die müssen ja, die können ja auch manchmal selber am Körper erfüllen, oh, okay, so und so ticke ich da, so weißt, also war es bei mir auch, ich hatte auch erst gecoacht, ich habe auch gerade gestern beim Band erzählt, mein erster Headkampf war ja so, dass ich dann damals den Olaf Kursarov hatte, der war ein erfahrener Athlet auf der Bühne und der hat mir dann da das Posing beigebracht erstmal und ich weiß noch zum Anfang das erste Mal Posing, da konnte ich nicht die Beine anspannen, da sagt er, du hast ja dicke Beine, aber die sehen aus die Dotbürste, du musst die Spannung reinbringen, die Teilung, dass man die Filterung sieht, und dann habe ich das nachher hingekriegt und von da an habe ich das halt selbst zu Hause gelegt, da habe ich mir selbst angeguckt und geguckt, wie ich am besten stehe und wie ich das am besten mache, so weiß, also so bin ich jetzt so, aber wie gesagt, jeder ist anders und manche brauchen das halt auch gern, dann ist es auch konform, also dann ist das wahrscheinlich auch was, aber ich bin halt auch so ein Typ so, ich bin auch nicht so der Fan von diesen ganzen Formchecks, ich mag mich selbst nicht so oft gerne sehen und gucke mich da nicht so, also ich hasse das, also jetzt zum Beispiel wenn ich so eine Bikinidame wäre, würde mir das glaube ich auf den Sack gehen, wenn ich da ewig meine Schuhe anziehen müsste und da meine Bikini-Dings da und immer rauf und runter da und dann den Arsch da rausdrücken und links und rechts drehen, da würde mir richtig auf den Sack gehen, da würde ich den Coach sagen, ich sehe gut aus, danke, passt schon. Ich merke schon, du bist für so ein Coaching wahrscheinlich auch gar nicht wirklich der Typ für, weil du sagst, du trainierst halt irgendwie sehr intuitiv nach Gefühl, bei der Ernährung guckst du halt auch, dass du so deine Balance findest und du hast keinen Bock auf Formchecks, dann macht das tatsächlich glaube ich eher Sinn, so ein paar Leute zu haben, die einfach mal drauf gucken bei dir und da hast du ja welche dann, wenn du sagst, du hast den Manuel und die Martina. Ja, ich bin halt da nicht so sehr kompliziert oder der so auch ewig den Trainer anrufen muss und sagen muss, ja, was soll ich denn jetzt machen, also da soll es ja Leute geben, die rufen da alles an und sollen alles wissen und die dann auch total unselbstständig sind, also wie gesagt, ich bin ja so, man lernt das ja einmal so, dass die mit Fahrt fahren, so das lerne ich einmal und dann kann ich so ein bisschen fahren und dann gucke ich selbst, dass ich, wie ich da eine Träte stand, so weiß, und ja, man lernt, klar, man lernt man die aus und man kann immer noch was dazulernen, aber so das ganze Spektrum rum, das von jeder Diät, das ist ja eigentlich so ziemlich gleich nachher, wenn man das einmal, ein, zwei, drei Mal durchgemacht hat, da so eine Diät und dann so die Peak Week und dann lernt man ja auch seinen Körper kennen, dann weiß man ja auch, wie der reagiert, gut, da kommen dann immer so Sachen, dass der dann irgendwie manchmal anders reagiert, das, ja, ist bei mir jetzt auch nicht total das, also eigentlich reagiert mein Körper immer, weiß ich genau, wenn ich das und das tue oder da an der Drehschraube drehe, dann kommt das und das da raus, so ungefähr, weißt du, also ich weiß schon genau, wenn ich, oder wenn ich das und das Mittel da nehme und dann weiß ich immer, was dann und das und das dann passiert, so ungefähr, weißt du. Ja, verstehe ich schon. Dann muss man einmal kurz hier in die Nase schnauben. Ja, schnauben wir in die Nase. Oh. Es könnte halt ja nur manchmal sein, dass man irgendwie von ein oder anderen Leuten noch ein bisschen Input kriegt, ne? Sei es mal neue Übungen oder neue Herangehensweisen. Wie du selber sagtest, man lernt ja nie aus. Aber ich glaube, du bist keiner, der sich halt irgendwas sagen lässt. Ja, doch schon sagen, schon so ein bisschen, aber ich muss dann auch den Sinn dabei der Sache sehen. Guck mal, zum Beispiel sehe ich ja jetzt vom Stefan Kienzler so, die machen ja alle, die ziehen ja alle dieses Einarmige hier, dieses von oben da oder dieses überhaupt Einarmige für den Lücken und auch konzentrierte, ganz langsame so. Das ist ja alles gut und schön. Und das ist auch für, um den Rücken zu isolieren und auch so ein bisschen, das hat der Doreen Yesi ja damals auch schon so gemacht. Dass er eigentlich so gesehen nichts Neues so. Und das ist ja auch eigentlich mehr oder weniger was zum Ende der Diät, zum Wettkampf hin so, weißt du? Dass man dann den Muskel halt besser spürt und besser ansteuert und so, das ist ja alles legitim. So. Aber dann siehst du heute, da kommen wir wieder zu den Trends, dann siehst du, dann gehe ich ins Fit X hier und dann sehe ich die Jungs, die mit 18, die selber nicht mal Bankdrücken richtig können, die dann da sich da die Knochen brechen oder nicht mal richtig runtergehen und dann siehst du die bei der nächsten Übung hier den machen. Und dann halten sie die Körperhaltung auch falsch, dann machen sie einen krumm Rücken und dies und das. Also dann haben sie es irgendwo abgeguckt und dann denkst du so, Alter, Junge, was machst du da? Du machst das ja so, als wenn ich mache einen Führerschein und morgen setze ich mich ins Formel-1-Auto und will damit rumfahren, weißt du? Ja, da habe ich mit Dwayne tatsächlich mal eine relativ lange Diskussion darüber gehabt, ob er der Meinung ist, dass solche Isolationsübungen, wenn man sie ins Versagen trainiert, besser sind, als zum Beispiel einfach mal ins Studio zu gehen, sich eine Scheibe oder zwei Scheiben auf die T-Bahstange zu laden und einfach mal zu ballern. Ja, das ist eben die Frage. Das hat ja Ronny Coleman auch so gemacht. Wenn du so hieß, so ein Ronny Coleman-Training ist ja ballern gewesen und bei ihm hat es ja funktioniert und er hat ja Rückenkonturen gehabt wie kein anderer oder auch die Rückenmasse halt und so. Die Sache ist ja, dass dieses Konzentrierte ja auch mehr so, so kenne ich es oder so ist meine Ansicht oder so meine Erfahrung oder meinen Hören und Sagen, dass es ja auch mehr bei der Übung um die Detailentwicklung geht, dass man da natürlich mehr so Striche und Dings reinbringt und deswegen kenne ich es so, dass es so zum Ende der Diät halt so eine Übung ist oder zum Schluss des Trainings um nochmal den, so wie jetzt diese Butterfly für die Brust, sag ich mal so, so dreh ich es mal um. Dann ist es ja auch eine gute Übung, aber man darf eben auch die Grundübung nicht vergessen und ich bin auch ein Verfechter von Grundübungen und manchmal sehe ich dann heute auch so, ich sehe dann so Athleten oder die Mädels, da wollen sie Booty aufbauen und dann machen sie halt nur die Trusts, Hit-Trusts und nur irgendwelche Isolationsübungen, wo ich dann immer denke, so mach doch Kniebeuge, guck mal Ronny Kohlmann hat Kniebeuge gemacht wie ein Wilder und hat den dicksten Arsch der Welt gehabt da. Der hat aber auch eine gottgegebene Genetik gehabt, ne? Ich weiß, was du meinst. Es fehlt ja manchmal so ein bisschen, es wird alles so verwissenschaftlich zu verkopft, anstatt einfach mal reinzugehen und mal wirklich schwer zu trainieren und mal ein bisschen Fleisch aufzubauen. Ja, du sagst es genau, Fleisch aufzubauen. Im Endeffekt, wenn ich der Meinung und der Ansicht, Fleisch kommt nur von schweren Training, von schweren, von hypertrophischen Training, von acht bis zehn Wiederholungen und von eben Grundübungen auch so teilweise. Du musst die Grundübungen machen und dann kannst du immer noch isoliert machen, so ist meiner Meinung nach und da brauche ich auch keinen Coach um die Ecke kommen und sagen, hier, jetzt mach mal was ganz anderes oder so. Das ist dann alles so für mich dann so, ja, wie du sagst, der Komplizierung treiben nochmal so. Klar, wie gesagt, gibt es auch noch andere Trainings. Ich werde jetzt auch mal, weil ich meine Rücken ja auch mal wieder ein bisschen verbessern müssen sollte, werde ich jetzt auch ein paar andere Maßnahmen da machen, auch andere Prinzipien mit reinbauen, als nur schwer und schwer und ballern. aber im Endeffekt kannst du das Rad nicht neu erfinden, sage ich mal so. Ich glaube, das ist auch das, was so deine Masse aufgebaut hat. Also ich glaube nicht, dass wenn du dir jetzt halt komplett alles scientific überlegst und dann zu Hause 50 Kalorien im Überschuss isst und alles wiegst und dann ins Felix gehst und wie gesagt am Kabel ziehst mit 12 Kilo und versuchst halt isoliert die unteren Latt zu treffen, dass du dann halt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich mal eine Grundsubstanz aufbauen wirst. Ich glaube, da brauchst du halt schon ein bisschen mehr Überschuss und du musst auch ruhig mal schwer trainieren und auch mal die dicken Übungen machen. Das ist meine Meinung, aber es kann auch falsch sein. Du hast auch gesagt von mehr Überschuss, da gibt es halt immer so, jeder ist anders, jeder gibt es halt so von links nach rechts. Gestern habe ich gesagt, den Roman gesehen, der macht einen Überschuss mit 8000 Kalorien oder so. Da fragst du dich dann auch, sein Körper wird ja keine 7500 verbrennen, sage ich mal so, weißt du? So denke ich mal nicht. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht schafft sein Körper das wirklich. Roman ist ein Freak. Ja, gut, aber wie gesagt, das sind so Sachen. Der schafft es halt 8000, also ich schaffe es nicht, sage ich dir ganz ehrlich, 8000 Kalorien sauber auf Season zu essen. So, das schaffe ich vielleicht nach der Diät, die ersten paar Tage oder ersten Wochen. Aber auch nicht sauber. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist halt, das ist schon eine Leistung. Also Respekt, mein Hut zieht davor, wenn er das so schafft, aber ja, ob das dann auch wirklich jetzt Sinn macht oder so, das sagen ja die anderen auch. Vielleicht sollte er jetzt auch mal mal mit Cheat Meals anfangen. Das ist ja eben das Ding. Jeder kommt dann um die Ecke. Bei mir ist es das, beim Roman sagen sie das und beim Tobias Hane sagen sie nächstes Mal das. Und das ist eben so, ja, das kann, aber muss ja nicht immer so. Du weißt das ja. Ich habe gestern tatsächlich mit Roman gesprochen und Roman meinte halt, dass er dann am besten war, wenn er einfach das gemacht hat, was er für sich am besten hält und nicht, wenn irgendeine andere ihm reingeredet haben. Ja, das hat er gestern ja auch in dem Podcast gesagt, genau. Er hat Zeit verloren, indem er da andere Programme gemacht hat und alles ausprobiert hat und das ist eben so, das ist eben das, worauf ich keinen Bock habe, so auf irgendwelche Sachen ausprobieren und so. Da bin ich auch zu alt fühlen. Aber dennoch finde ich es cool, dass du jetzt sagst, du willst deinen Rücken ja verbessern und vielleicht musst du mal ein paar andere Impulse setzen. Finde ich cool, dass du da auch dein Training überdenkst. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe ja auch dieses Jahr schon andere Impulse. Ich habe jetzt auch Training aufgeteilt und einmal Rückentraining für die Breite mehr und einmal mehr für die Tiefe. Das werde ich jetzt auch so beibehalten. Und wie gesagt, diese Saison war jetzt auch scheiße gelaufen. war jetzt auch, ich habe da nie eine richtige, also dieses Jahr 2022 habe ich nie eine richtige Off-Season gehabt. Ich bin da aus der Recovery-Absetzphase, wenn wir mal hier Tachanes reden, Absetzphase gewesen da. Ich habe ja auch schon erzählt, ich halte nichts von diesem TRT-Scheiß da. Dann richtig raus und dann war ich richtig, weiß nicht, letztes Jahr, was war das? Nach den Wettkämpfen damals, 2021, acht Wochen weg und dann auch mal nicht trainiert. Und dann gehe ich dann im Dezember, glaube ich, oder von Januar an habe ich dann nur Off-Season angefangen. Die war vielleicht sechs Wochen oder so. Im Februar habe ich schon wieder Diät gemacht, weil ich mich dann dafür entschieden habe, dass ich die nur nach Pro mitmachen möchte. Und da habe ich vielleicht, wie gesagt, sechs Wochen Off-Season, sechs Wochen Aufbau gehabt, so aus der Absetzphase heraus. Dann wächst du ja sowieso schnell wieder. Klar, aber so und dann, ja, bin ich wieder auf Diät und bin dann eigentlich so wieder in die Diät langsam reingeschlichen und dann bin ich eigentlich noch relativ, war ich dort in New York für dieses Jahr am massigsten eigentlich sogar. Da bin ich dann mit, glaube ich, 95,5 auf der Bühne gegangen bei der neue Pro-Videe. Gut, die Härte war jetzt noch nicht total extrem schliffig da, weil ich dann auch eine Verletzung noch vorher wieder hatte, im Beibizeps. Aber so gesehen, für dieses Jahr war es meine beste Form, was die Muskulatur angeht, was die Pralität angeht. So war es das Beste, weil nachher, wie gesagt, hat sich die Saison dann wieder hingezogen und da war es dann ja auch im Herbst, hatte ich auch eine kurze Nummer sechs Wochen Off-Season und dann war es auch und da ging das ja schon scheiß los. In Dubai bin ich ja krank geworden. Ja, das war eine richtig bescheuerte Herbstsaison für dich, dass er nur Pech gehabt. Da bin ich von, wie gesagt, manche andere Athlete, also ich glaube, bin mir auch sicher, ein Tobias Hane hätte diese Wettkämpfe abgesagt. Weil Tobi ist dann halt auch so ein Typ, den kenne ich ja, der ist, oder ich habe auch immer um das geschrieben, der ist dann so, wenn das nicht hundert Prozent nach seinem Plan so ist, wie er sich das aufgeschrieben hat, oder wie es im Kopf auch hat, wenn das nicht so klappt, dann bricht er das ab, in dem Moment. Bei mir ist es eben so, ich bin immer so ein Typ, so, ich mache das Beste daraus. Ich versuche das Beste daraus zu machen und ja, zum Beispiel habe ich mal vor ein paar Jahren war ja noch die Corona-Geschichte hier, da haben sie dann damals mal in England einen Wettkampf vorgezogen, weil dann da dann die Maßnahmen eingegangen. War der Wettkampf erst für Samstag, hast du dich erinnern? Ja. Da war der Wettkampf für Samstag angedeutet irgendwie erst, Two-Bro-Events da, war für Samstag angedeutet und dann haben sie, weil ab Freitag dann in England der Corona-Kram da auch richtig losging und dann irgendwelche Maßnahmen und dann die nicht die Halle öffnen dürfen oder irgendwie sowas war das, dann hat der Veranstalter den Wettkampf auf Mittwoch vorgezogen. Das ist krass, ne? Ja, und dann musste ich halt auch so, dann habe ich auch mit Tobi damals, weiß noch, heute geschrieben, weil ich gefragt habe, ob das wirklich so ist, weil das da irgendwie so rumging und so, ob das so kommt oder weil er ja dann auch einen Kollegen kannte, der dann da auch starten wollte und er sagt so, ja, ja, das ist dann so, du kannst da hin und so, das läuft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das so. Und dann sagte er so zu mir, Alter, für mich wäre das Ding schon gelaufen, weil ich gar nicht nach Plan jetzt, weil ich jetzt alles umändern muss. Wie war denn das in Dubai? Ich meine, da hattest du Fieber, du hast dich ja trotz Fieber dann auf die Bühne gestellt. War das einfach wirklich, weil du sagst, hey, jetzt bin ich schon hier und jetzt mache ich das oder irgendwie, weil eine Vertragsstrafe droht, wenn du nicht kommst oder warum hast du dich da mit Fieber auf die Bühne gestellt? Ja, die Vertragsstrafe, glaube ich, wäre nicht so. Ich bin ja da kein, Vertragsstrafe kriegst du, würde ich hätte ich mehr gekriegt, wenn ich in Prag nicht angetreten wäre. Ja. Dann wäre der Veranstalter darauf stark eingegangen. Aber auch trotz Krankheit, ich meine, du warst ja auch da mit deiner Binderhutentzündung wirklich krank. Die Binderhutentzündung kam erst später. Da ging es erst los an dem Tag. Da hatte ich morgens so Fieber, Schüttelfrost, aber das ging dann ja zum später dann wieder so ein bisschen zurück. Ja, vor Prag war das aber ja, ne? Nee, also in Dubai, wie gesagt, in Dubai ging es los, dass ich da am Wettkampftag morgens mit Schüttelfrost aufgestanden bin. Das war irgendwie, weiß ich nicht, also zum Wettkampf sowieso, wenn du so ein Wettkampf, wenn ich so einen Wettkampf mache, dann stehe ich relativ morgens um sechs oder so bin ich wach oder um fünf oder so. Und da war das so um fünf, um sechs Uhr morgens, da habe ich dann Schüttelfrost gehabt und das hatte sich dann später noch gegeben so. Also ich habe mich dann durchgebissen und bin dann halt hin so. Das war noch okay, also es ging noch alles. Aber da war ich auch schon halt, da habe ich mich nicht hundert Prozent gut gefühlt und die Formen, vor die Tage waren auch nicht so gut, war auch viel Stress, Stressflug, dann noch Videodreh und alles und auch so dann neue Maßnahmen, also musst du doch da dich einfinden in Dubai und alles, das war alles schon nicht so einfach. Da habe ich noch die Haare noch abrasieren müssen und so. Das war alles schon so zum Scheitern verurteilt. Aber da habe ich noch das Beste rausgeholt, die Form war dann doch nicht so schlecht auf der Bühne. Und dann ging es ja erst los, dann bin ich erst richtig krank geworden. Dann habe ich ja die Bindeautentzündung gekriegt, vom Flieger wahrscheinlich noch hier oder von der Kniebeanlage, also im Zimmer. Und dann ging es los, bin ich zu Hause zurück in Deutschland gewesen und dann konnte ich ja die Augen nicht mal mehr richtig aufmachen, musste ich den Antibiotika noch in der Salve reingeben. Ja, und dann habe ich zwei, drei, drei Wochen nicht trainiert und dann habe ich aber gesagt, die Leute, die warten auf mich, die wollen mich sehen und der Veranstalter auch, der zählt auf mich. Ich bin seit Jahren mit dem Veranstalter ganz dicke, der bezahlt mir dann halt auch das Hotel, da kostet die Hotelnacht 500 Dollar oder Euro oder irgendwie in dem Hilton und da hat er mir alles da drei Nächte gesponsert. So unter uns manchmal gibt der auch noch einen O-Fluss, manchmal habe ich auch schon ausgehandelt. Ich bin ja auch nicht so der Dümmste, die denken ja manchmal, ich bin dumm, was das angeht, aber ich bin ja auch ein bisschen schlau und weiß ja, wenn ich da mitmache, dann bringe ich dir noch ein paar Karten, ein paar Eintrittskarten ein und dann sage ich auch mal so, wenn du natürlich gerne möchtest, dass ich komme, dann bitte hier meine Bankdaten und dann wird man sich schon einig und da kann ich dann nicht sagen, ich komme nicht oder so, weißt du. Ja, klar. Und deswegen, oder auch wie gesagt, erst mal den Veranstalter natürlich, wie gesagt, möchte ich das dann, meine Pflichten oder meine Absprachen einhalten. Also ich bin immer, was immer für mich ganz wichtig ist, ich bin ein Mann, der sein Wort hält und das wollte ich dann halten und dann eben auch, wie gesagt, wollte ich auch den Fans natürlich da stehen und habe das Beste daraus gemacht nachher so. Ohne Koffer und trotz Krankheit. Machst du ja auch noch dazu, dann kommt noch das mit Koffer und ohne Koffer und das ist das, was ich meine. Das mag anderen dann passieren, die dann halt so strikt sind, die sagen sich, der Koffer ist nicht da, ich breche das ab, ich trete erst gar nicht an. Das ist auch das, was jeder für sich selbst entscheidet. Wie sehr das einen stresst oder wie sehr, du weißt ja selbst, so vom Wettkampf darfst du den Stress halt auch nicht an dich ranlassen. Das kommt mal darauf an, wie du das dann an dich ranlässt oder wie du damit umgehst. Bist du bei sowas denn cool? Weil ich glaube, also in Prag hat das schon den Eindruck, dass du damit gut klarkommen gekommen bist, aber jetzt in Spanien dann, da hatte ich das Gefühl, das hat dich dann doch ganz schön genervt und gewurmt, dass der Koffer nicht da ist. Das hat mich nur genervt, dass es schon wieder passieren musste. Ich war ja da in Spanien auch besser vorbereitet, da habe ich ja schon alles im Koffer, in der Handtasche gehabt, dass ich wenigstens Slip und in Prag muss ich mir ja alles borgen nachher erst, muss mir Posing-Slip von den Jungs da borgen, Farbe, alles muss ich ja nachfragen. So, da hat der Veranstalter sich auch sofort gekümmert und so, das war echt, also, ich muss euch sagen, auch was von den Veranstaltungen angeht, Prag, immer wieder, was die Veranstaltung, was die ganze Drumherum-Geschichte angeht, auch für andere, denen, die jetzt hier mal vielleicht zugucken irgendwie, ich kann euch immer nur den Wettkampf ans Herz legen, der ist gut, der ist updatenkonform, also der geht gut mit den Atleten um, die Halle ist geil, das Hotel, alles super, also es war cool, ja wie gesagt, Prag, da war das schon, war ich dann, hatte ich da meine Erfahrungen gesammelt damals und dann bin ich da mit Handgepäck so schon los, aber habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass es ein zweites Mal hintereinander passieren würde, weißt du, deswegen habe ich da dann so ein bisschen, war ich natürlich stinkig so ein bisschen, aber ich bin halt so ein Typ, ich gehe damit trotzdem relaxed, entspannt um, also ich bin überhaupt so ein Typ, ich versuche immer aus jeder Situation, aus jeder Lage das Beste zu machen, weißt du, ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich einen Autounfall hätte oder irgendwie, dann würde ich versuchen und dann weiß ich nicht, immer das Beste draus machen, weißt du, ja, niemals aufgeben. Jetzt hast du dieses Jahr nicht für eine Olympia-Qualifikation gereicht, du warst trotzdem in Vegas mit den Jungs, erstmal, wie war der Trip überhaupt mit Uwe, Rico und Kameramännern darüber nach Vegas zu fliegen? Der Trip war richtig, also war geil, war geil, ich habe mich gefreut, dass ich da so dieses Jahr da so dabei sein konnte, mal als Außenstehender, nicht als Athlet, obwohl ich, wie gesagt, die Meisterschaft konnte ich mir ja auch damals bei den beiden Qualifikations, bei den beiden Olympias, wo ich mitgemacht habe, konnte ich mir das ja auch so ansehen, weil ich ja dann immer schon bei der Vorrunde rausgeflogen bin, in Anführungsstücken, weißt du, du als Nicht-Platzierter bist du ja da nur auf dem Prejudging, auf dem Expo da, machst du dann deinen Start und danach kriegst du deine Medaille und darfst dann ab ins Hotel und darfst essen und darfst dir, kriegst dann noch Karten und darfst dir abends die Abends-Veranstaltung angucken, also so gesehen war es das dritte Mal für mich, dass ich mir diese Meisterschaft oder die Show, so wie es heißt, live angeschaut habe, aber so allgemein der ganzen Trip, so dass du da auch mal hinfährst und mal einfach auch das normale Essen kannst und mal drauf bist, ist schon geil gewesen, hat schon riesig Spaß gemacht. Also keinerlei Wehmut, dass du nicht gestartet wirst? Nee, sowas habe ich nicht. Also wie gesagt, noch mal Props hier an meinen Sponsor Smilodox, muss ich mal nennen, danke, die haben auch keine Kosten und Mühen gescheut und da bin ich dankbar für und wie gesagt, auch das ist auch nur, weil die Fans oder die Follower oder die Leute, die zuschauen, die mich gut finden, die das so unterstützen oder mich dann auch mit meinem Code oder mit den Bestellungen da unterstützen, deswegen im Endeffekt bin ich sehr dankbar den Leuten eigentlich, weil das ein Kreislauf ist und so nur auch funktioniert und ich da auch dadurch im Grunde das mir ermöglicht wird und da bin ich dankbar für und das ist viel mehr in meinem Kopf, sage ich mal so, als da wehmütig zu sein und irgendwie bockig oder zickig irgendwo auf einer zu sein und zu sagen, guck mal, da könnte ich aber auch jetzt stehen und so, ganz im Gegenteil so nicht. Ja, ich meine, Smilodags macht ja relativ viel sowas, also Dubai wurde dann gesponsert, Uwe ist noch mitgeflogen, das ganze Team ist immer dabei gefühlt, wenn du da irgendwo startest. Natürlich wird dann aber auch erwartet, dass da Content produziert wird, um die Leute über Laune zu halten, um das Ganze auch so ein bisschen lohnenswert zu machen. Stresst dich das dann irgendwie kurz so zwei, drei Tage vor dem Wettkampf da noch irgendwie Videos drehen zu müssen oder ist das sowas, was einfach nebenbei mittlerweile läuft, was du gewohnt bist? Na ja, zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, oder ganz sofort, so wie du zuletzt gesagt hast, eigentlich läuft es nebenbei schon, ist es schon an der Tagesordnung, die letzten Jahre so. Also es ist ja jetzt nicht so, bei Smilodags so, es war ja bei GN schon so, es war bei Team Andro früher so und ja, das gehört dazu. Das ist der Job so, in dem Sinne und macht auch Spaß irgendwo. Im Nachhinein, klar, es ist anstrengend, das ist das eine, es ist auch manchmal anstrengend und kann auch manchmal nerven, wenn du da noch Fotos machen musst oder nochmal Videos oder nochmal so, wenn du dann halt so auf die Eid bist und da eigentlich schon längst ins Zimmer möchtest und dich hinlegen möchtest, das ist schon manchmal so. Aber es ist oft so, dass du auch im Nachhinein dann die Videos anguckst und denkst, geil, dass wir das noch gemacht haben. Oder manchmal so, früher, wenn ich so Fotos heute noch sehe mit Matthias Busse, der war ja auch ein guter Fotograf oder ist ein guter Fotograf. So der Kollege damals, weiß ich, hat dann auch manchmal mich dann so, kommst du, wir müssen nochmal so und ich dann so, bin schlapp und müde und hat dann nochmal geile Bilder gemacht und dann heute denke ich so, wenn ich die sehe, oh gut, dass wir das noch gemacht haben. Ja, klar. Und wie gesagt, da geht es halt los. Es war eben schon früher bei Team Andro oder dass da halt ich über die Jahre damit ja lernen musste, dass das dazugehört. Das ist für mich jetzt, ja, dass das mein Job ist. Ja, kann ich verstehen. Aber auf der einen Seite, wie gesagt, kann es auch anstrengend sein, wenn du einfach nur noch liegen möchtest und satt bist und dann noch irgendwie da jetzt. Das auf jeden Fall schon, aber wie gesagt, von nichts kommt nichts und wie gesagt, die Sponsoren und das Ganze, das muss ja auch, du musst ja da auch dem Ganzen nachkommen und da bin ich, ja, Bodybuilding schön und gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Bodybuilder, das sage ich auch immer wieder, ich bin jetzt nicht derjenige, der, wo es um die Mr. Olympia-Krone geht. Wenn es dann so vielleicht wäre, würde ich dann auch sagen, ja, ich muss mich volle 100% drauf, so wie es der Heiko Kahlbach immer so sagt, dass er eben sagt so, heutzutage machen die Jungs zu viel Social Media und glaube ich, können sie sich nicht ganz so 100%ig auf den Sport konzentrieren. Das mag ja so sein, aber wie gesagt, bei mir, wo ich da so um die Top 16 rumzappel, da beim Olympia zum Beispiel oder um die, bei den normalen Meisterschaften um die Top 5, 6, so, das ist alles, ja, guck mal, wie gesagt, was verdiene ich, was bekommt man da bei der Meisterschaften 2.12 pro 2.000 Dollar da Preisgeld, das ist ja recht. Ja, klar. Es ist halt dein Job, wie du schon sagst, und dieser Job finanziert dir auch deinen Lifestyle, dein Bodybuilding und da muss man halt auch den Job machen. In dem Sinne, ja, und das ist, ja, für mich wichtiger, also, macht auch Spaß, irgendwo manchmal, und im Nachhinein, ja, wenn ich die Ergebnisse sehe, freue ich mich. Also, wie gesagt, manchmal ist es eben so, dass du dich so, schon, denkst du, oh, ich bin aber kaputt jetzt und schlapp und so und alles. Aber es ist halt auch so, so wie beim Training manchmal ist es ja genauso eigentlich. Beim Training ist es ja auch so, in der Diätphase, da fühlst du dich auch schlapp und müde und denkst so, eigentlich will ich ja gar nicht und eigentlich, aber dann ist es so, dann gehe ich zum Training und dann, wie gesagt, wie schon gesagt, die Busten, dann musst du dir im Kopf sagen, jetzt gehst du los, komm, und dann fängst du an und wenn ich dann so zwei, drei Sätze gemacht habe, dann bin ich drin und dann denke ich so, geil, wenn ich dann fertig bin, dann sage ich mir so, geil, gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich heute, dass ich so durchgehe, also, ja, du musst dich halt nur aufrappeln. Ja, und wie ich schon sagte, es entstehen ja auch wirklich dann Fotos oder Videos für die Ewigkeit. Ich meine, das war jetzt kein Wettkampf, aber deine Teil-Reports zum Beispiel mit Matze und David, die sind legendär. Ja, genau, die sind wir ja. Vermisst du die Zeit manchmal so ein bisschen, diese Team-Andro-Zeit? Ja, auch manche Dinge, klar, das vermisst du auch, aber wie gesagt, auch da war es manchmal teilweise auf Arbeit so, das ist ja auch kein, also die Leute sehen ja immer nur, so, wir machen mal ein Retalk jetzt hier und die Leute sehen ja immer nur die Endergebnisse. Die sehen ja immer nur so, ja, der Steve da, der ist so lustig drauf und der hat Spaß und der fucks rum und Spaß und die anderen Jungs da und so, die sind in Thailand und haben es gut und so und, aber da ist auch nicht mehr alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, du weißt, da ist dann unter den Jungs auch nochmal Streit und so oder Meinungsverschiedenheiten oder war das so irgendwie auch müde bist oder gestresst oder zu Hause irgendwas falsch läuft, dann kriegst du eine Nachricht, Oma geht schlecht oder weiß nicht was und dann musst du, verstehst, dann musst du auch abliefern, weißt, wenn du mal wegen Christen Nachricht und sagst irgendwie, ja, doof gesagt, bist du in Thailand und Mama liegt im Krankenhaus, hat sich das Bein gebrochen, so doof gesagt oder ist angefahren worden vom Auto oder musst du da, kommt der Matz ummelken und sagt, Steve, wir müssen raus, nächste Tour und du musst gleich hier lustig sein, weißt du, so dann, ne, das ist auch nicht immer ganz alles nur einfach, das ist auch nicht immer nur alles Holiday Inn, Holiday, Thailand Holiday, weißt du, oder woanders halt genauso, überall. Wo du jetzt gerade sagtest, komm mal, du musst jetzt lustig sein, hast du manchmal das Gefühl, dass du so eine Art Rolle spielen musst, dass du irgendwie der witzige Mr. M, der witzige Steve Bantiner sein musst oder bist du schon du selber vor der Kamera? Ich bin immer ich selber, aber ich bin auch so, immer bin ich ich selber, aber wie gesagt, ich bin halt auch oft so, dass ich dann, wie ich schon sagte, das Beste halt aus der Situation mache, dass ich dann versuche abzuschalten und sage so, ey, pass auf, ich bin jetzt hier und das Leben ist, so ist das Leben halt. Solche Sachen gehören zum Leben dazu. So, dass irgendwas passiert oder da musst du das Beste daraus machen. Aber im Endeffekt bin ich, bei allen Videos immer ich selber. Das ist mein Humor oder meine Witze da, das kann ich nicht auf Knopfdruck. Das ist eben das, was ich immer meinte, der kommt, du bist jetzt lustig. Die Leute sagen dann mal so, ey, komm, jetzt mach mal was, jetzt sag mal, wir haben jetzt noch keine lustige Szene oder irgendwie ist heute komisch der Tag oder so oder irgendwie so, dann was los ist. Dann sage ich so, ich kann da nicht auf Knopfdruck hier lustig sein oder so. Ich kann mir auch keinen Witz aus der Nase ziehen. Also bei uns oder was der Threireport auch mal angeht oder überhaupt in meinen Videos, alles was so manchmal da witzig oder was passiert ist, passiert einfach aus dem Affekt. Das sind die besten Sachen auch. Alles was so ungeplant ist, ich weiß noch, in Thailand, dann wären wir da angehalten von der Polizei und mitgenommen oder weiß ich was, das sind da so Sachen, die planst du nicht, die kannst du nicht, das sind so, du kannst quasi die einzelnen Touren da planen, da zu der Affen oder zu dies oder das, aber wenn sich da der Affe anspringt, das kannst du nicht vorher, weißt du, lustig mit. Also wie gesagt, bei mir ist es auch sowieso so, ich habe auch schon mit Kameramännern, jetzt habe ich auch wieder am Wochenende jetzt mit Kameramännern immer so neue zu tun, da habe ich schon zig Kameramänner am Start gehabt, so ein Verhältnis mit einem Kameramann ist ja auch fast so wie mit einer Frau, mit einem Partnerschaft. Das muss auch stimmen und passen und dann, wie gesagt, da muss auch einer mit meiner Art auch mal mal klarkommen, sodass ich dann sage, du Alter, mach keinen Affeteil draus, halt einfach drauf, weißt? Weil die meisten wollen dann immer da künstlerische Moves da machen und so und pass mal auf Steve, mach jetzt die Kamera an und du musst das und das machen. Da sage ich, nein, muss ich nicht, halt einfach drauf und lass mich sabeln so ungefähr, weißt du? So ist bei mir dann immer so, dann kommt dann auch nicht mehr jeder klar und, aber aus solchen Situationen kommen die besten Filme drauf, also die besten Szenen, wenn du einfach so real drauf hältst und irgendwie da irgendwas Echtes passiert, so als wenn du da irgendwie so und da bin ich eben auch, weil du mich gerade fragst, ob das alles Echt ist oder ob das wirklich so ist, da bin ich überhaupt nicht der Fan von irgendwelchen gestellten Szenen oder irgendwas Geplantes und so, das hasse ich. Ja, gibt es aber halt, glaube ich, schon relativ viele in der Social Media Szene, deswegen einfach mal nachgefragt, ob das wirklich, aber ich glaube halt wirklich auch, dass du bist halt einfach so ein Typ, der auch mal ein bisschen verrückter sein kann und genau das ist ja auch der Grund, warum die Leute dich lieben. Ja, bei mir ist es ja immer so, kann so und so sein. Die meisten Leute denken ja auch nicht, wie ich schon gerade gesagt, die denken ja, ich bin ein bisschen dumm oder ein bisschen blöd oder mit mir kann man sich nicht vernünftig unterhalten. Wenn so die eine oder andere Frau mich auch schon kennengelernt hat, die denkt ja auch immer mal so, oh Steve, du bist ja auch ein bisschen anders oder ich kann auch sehr sentimental oder auch nicht immer nur so, nicht immer so, wie soll man sagen, so androgen sein, ich kann auch mal so ein bisschen weicher sein, manchmal auch, so, also, aber auch andere Seiten an mir als nur immer den verrückten und macho-haften oder Sprücheklopfer mit Sex und Weibern und so, ich kann auch ganz vernünftig, kann man sich mit mir unterhalten, normal, intellektuell oder mit anderen, oder andere Dinge so, als über Bodybuilding oder, weißt du, das Leben dreht sich auch nur nicht nur um Bodybuilding oder so, das ist doch, oder ich habe auch Freunde, die auch überhaupt kein Bodybuilding machen oder Sport oder die einfach normal ihren Job machen im Leben und auch noch andere Hobbys haben, wie wir angeln gehen oder so, liebe Grüße an Christian, Christian, wenn du guckst, aus Schwerin, mein guter alter Freund, der macht keinen Sport oder so, klar, der hat, ich kenne es nicht aus, aber wie gesagt, bei mir ist es im Leben, das ist ja das, was ich meine, ich sage mal, ich sage, klar, ich will einfach nur, daher kam auch der Spruch so ein bisschen, ich will einfach nur Bodybuilding machen, ich will einfach nur den Sport machen so und mein Leben leben, aber will auch diesen ganzen Social Media oder Affentieradermann habe ich keinen Bock drauf oder auf dieses Beef und der darf mit dem nicht und das mit dem und das ist verboten und da musst du aufpassen und so, dass es mir alles, ich kann einfach mein Leben leben und mein morgens aufwarten, mein Zeug zu machen, wie ich das mache, zum Training gehen und glücklich sein und wie gesagt, ich befasse mich nicht mit solchen Dingen wie Steve, du musst jetzt einen Avatar herstellen, weil das alle gemacht haben und so und da musst du in sein und dann musst du es auch machen und dann sage ich, du, ich weiß, warum das ist, dann habe ich dir auch gesagt, dann sage ich, du, ich habe gerade andere Sachen zu tun, mache ich später, das ist so ungefähr so, wichtiges, es gibt wichtiges als das gerade so. Ja, du hast es schon nicht ganz richtig gesagt, aber dennoch rutscht du ja immer irgendwie auch in so eine Art kleine Beefs mit rein, gerade damals so mit GN in der Zeit oder jetzt auch mehr mit Max Sommerfeld, der Beef, irgendwie kommst du doch mal mit rein, liegt das in deiner Art so ein bisschen, weil ich erinnere mich damals, als du zum Beispiel noch bei ESN warst und dann zu GN gegangen bist, da hast du das ja glaube ich damals, wenn ich mich richtig erinnere, aus Loyalität Matze gegenüber gemacht. Ja, ja, ja. So und plötzlich war dann irgendwie auch Matze dann wieder doch bei ESN, du bist aber bei GN geblieben und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, du willst eigentlich immer so nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber kommst dann irgendwie oft dann doch in so Situationen, wo du dich auf einmal dann zwischen den Fronten wieder findest und erklären musst. Ja, das ist schon so, ja. Ich bin ja so ein sehr loyaler Mensch so und ich muss auch sagen, also Matze habe ich sehr viel zu, habe ich zum Beispiel damals die Profikarte zu verdanken und also der hat sich damals sehr reinge, also dem habe ich schon auch viel zu verdanken, Matze, der war schon, was meine Karriere angeht, auch so ein Mensch, der mich auch gepusht hat und so und das vergesse, ich bin halt kein Mensch, der irgendwas vergisst, oder der so irgendwie, wenn Leute was für einen getan haben, dann möchte ich das auch danken oder zurückgeben oder irgendwie mich loyal zeigen und das war bei Matze damals gegeben und ja, allgemein, oder weil du sagst vielleicht eckig an manchmal so, bin halt so mit Mike oder ich weiß nicht, was du mit G.N. jetzt direkt meintest und so, bei mir ist es ja so, ich bin halt so ein Typ, der immer seine Meinung sagt und wenn einer irgendwie gerade in Anführungsstrichen Scheiße baut oder irgendwie gerade nicht so einen richtigen Move landet, dann sage ich sofort, Alter, was machst du da oder so, was ist los mit dir? Und das ist mir auch egal, ob ich, viele sind ja dann so, die denken sich so, ja, das und das, aber ich brauche den ja vielleicht noch, weil ich ja da irgendwie noch profitiere oder weil ich noch beim Instagram, ich bin auch kein Typ so, der ich sage immer auch immer, ich könnte ja so Videos machen mit dem Hans und Franz und mit Kooperations, weiß ich meine, also so, ich könnte jetzt noch, wenn ich damals, damals irgendwie mit Kevin Wolter hätte ich drehen können und mit dem und Hollywood-Matze und wie die und da und der, also alle, die große oder die gerade viele Klicks haben oder viele, so ist es ja eine Szene, dass man dann sich da ranhängt und mit den Videos macht und so bin ich ja nun gar nichts, da habe ich ja keinen Bock drauf, so mit irgendwelchen Leuten da hinzufahren, da und irgendwelche Videos zu machen, wo dann die Leute bekannt sind und ich dann davon Klicks oder oder Follower abgreifen, das ist überhaupt nicht meine Art so. Hast du ja manchmal das Gefühl, dass du so ein bisschen ausgenutzt wirst dafür? Weil ich habe immer so das Gefühl, vielleicht korrigiere mich, wenn mich das täuscht, vielleicht kriege ich das auch gar nicht so mit, aber dass es halt immer so Phasen gibt, wo bei dir halt wirklich dann so eine gewisse Bezugspersonen eine gewisse Zeit lang mit dir mitlaufen, sei es dann zum Beispiel der Miami Mike, der Hollywood Matze und wie sie alle heißen, die dann halt irgendwie eine Zeit lang echt präsent bei dir am Leben sind und dann auf einmal irgendwie gar nicht mehr auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, was da im Hintergrund läuft oder ob die dann weggezogen sind oder was auch immer die Gründe da sein müssen. Ich haue dann immer auf, weil ich mit denen streite, weil ich denen die Meinung sage und die damit nicht klarkommen. Ja, ist das so? Klar, er hat gesagt, ja, wir machen die Realtalks, ich muss ja nichts hier sabbeln. Also wie gesagt, das weiß ja auch jeder, da habe ich auch kein Hehl daraus gemacht, dass ich mit Matze mich gestritten habe damals, weil das weiß ja auch jeder und dass ich ihm die Meinung gesagt habe und dass ein paar Sachen nicht in Ordnung waren. Heute Matze und ich, wir verstehen uns ja wieder, wir haben uns auch, wir haben auch gestern auch gerade telefoniert oder per Nachrichten hier bei Instagram antworten wir auf unseres Neues und so. Das ist ja alles wieder, ich bin halt so ein Typ, so unter Männern kann man alles wieder klären und so, man muss sich nur gerade machen, so, weißt? So, das ist so. Ich bin so ein Typ, man kann sich die Meinung sagen und sagen, pass auf, Alter. Und ich finde auch gerade unter Freunden ist es so, musst du dir die Meinung sagen können. Weißt du, wenn einer ein scheiß Move landet oder einer, weißt du, wenn einer eine schlechte Entscheidung trifft, dann sage ich dem das und lass sie nicht ins offene Messer fallen, so. So, weißt du, wie gesagt, manchmal ist es auch so, oder bei Matz ist es eben auch so schwierig, dann sagst du ihm das so, ey, lass das doch sein oder was machst du denn da oder so, dann ist er gleich so, manchmal so, dann sieht er es als Kritik oder dass ich ihm was Schlechtes will, so, weißt? Aber er habe es ja immer nur gut gemeint für ihn, weil ich habe ihn ja auch, wie gesagt, wie du schon sagst, im Endeffekt da reingeholt in die Szene, so, weißt? Ja, richtig. Und das ist ja ganz oft so, dass, ich bin halt immer so ein Typ so, ich bin immer so der Papa, der alle so die Türen öffnet, so. Und dann ist es immer gut gemeint und auch dem die Meinung so sagt, pass auf, das solltest du machen, das solltest du nicht machen. Und manche kommen halt damit ganz selten klar, wenn du dann diese Kritik äußerst und sagst so, ja, das war scheiße oder lass das doch mal sein oder was machst du denn da oder was machst du denn mit dem und so und so. Und dann, ja, dann ist, oder ich habe auch immer mal so eine Art an mir, das habe ich auch schon öfter gehört, dass ich das dann auch so so plump sage, so direkt hinaus, so. Also zu brutal, zu direkt. Ja, zu direkt, zu, zu, wie soll man sagen, zu animalisch oder zu, wie heißt das, zu androgen oder zu, weißt du so, bei Frauen musst du ja, Frauen wollen ja immer gerne so, dass du das so langsam rüberbringst und so erklärst und ich bin ja so, bumm, sag ich das so, weißt du? Und das ist auch, gerade bei Frauen zum Beispiel ist es auch so, die kommen dann da auf mich, auch schlecht oft, auf die Ecken die an, so, du weißt, andererseits findest du es gut, weil du so ein Typ bist, der, weil du halt so ein Mann bist, der knallhart sagt, die Stellungnahme hat und eine Meinung hat, aber ist halt auch so immer schwierig, dann das anzunehmen. Aber du glaubst schon, dass mit den meisten Leuten, die sich dann begleitet haben, dass wenn man sich mal einen Tisch setzen würde und das aussprechen würde, auch alles wieder cool wäre? Du, wer du gerade angesprochen hast, mit dem Miami Max, da ist auch wieder alles cool, der guckt, redet mich meine Storys, ist jetzt gar nicht mehr so im Instagram-Game da drin, macht da so Streaming und so Geschichten jetzt mittlerweile, manchmal treffen wir uns auch noch und wie gesagt, wir haben es ausgesprochen damals und da war auch eine Sache passiert, die ich ihm gut fand und da hat er auch eingesehen und ich bin halt immer so ein Typ, so wie gesagt, der halt immer sofort sagt, Alter, mit mir nicht oder so und das geht nicht und dann, wie gesagt, können die Leute eben gucken, ob sie sich dann mit mir arrangieren und eben auch da konform werden oder ob sie sagen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Aber wie gesagt, mit den Jungs, die du jetzt angesprochen hast, Hollywood Matze oder Miami Max, mit denen will ich ja immer noch wieder wissen. Klar, mit Matze ist es so, man trifft sich jetzt nicht mehr so oft oder man dreht jetzt nicht mehr, das ist eben auch so, weil er jetzt eben auch noch im anderen Team jetzt wieder bei GN noch geblieben ist und auch da so, das ist ja das, was ich meine, ich will einfach nur Bodybuilding machen, das ist mir alles zu blöd, dann darf er mit mir nicht drehen und weil dann der Boss da sauer ist, wenn er ein Video mit mir dreht und weil ich da so einen Abgang gemacht habe, so mäßig so und das sind ja so Sachen, das ist alles Kinder, also ich bin ein erwachsener Mann und habe auch auf so einen Kinderkack da keinen Bock zu tun, weißt du? Es ist halt schade in dieser Szene, dass, wie gesagt, dass diese ganze Sache da auch immer noch oder im Endeffekt, manchmal interessiert die Leute da mehr, wenn da sich einer aneckt mit dem anderen, als wenn da einer beim Wettkampf ein gutes Ergebnis gemacht hat. Ja, richtig, richtig. Ich finde es tatsächlich auch, fände es schöner, wenn wir halt alle mehr zusammenrücken würden. Deswegen habe ich das auch nochmal gerade angesprochen und deswegen würde ich auch gerne tatsächlich nochmal ganz kurz ein, zwei Worte vielleicht über Mike verlieren. Gar nichts Böses oder sowas, weil ich finde einfach, Mike hat erstmal hohen Respekt verdient für die Leistung, die er gebracht hat, gerade auf dem Mr. Olympia. Ja. Glaubst du das einfach auch, wenn ihr euch mal an den Tisch setzt und einfach mal drüber quatscht, dass das irgendwie auch cool werden könnte wieder zwischen euch? Oder seid ihr einfach zu verschieden? Ja, wir wären jetzt natürlich nicht so die Typen, die sich da zusammen zum Training treffen würden oder so, aber da bin ich so anders als er, glaube ich. Aber so unter uns, ich habe ihn ja auch in Las Vegas getroffen bei Meet & Greet und habe ihm die Hand geschüttet und habe gesagt, du siehst gut aus, habe da Videos vorher gesehen und so, wo ich dann dachte, gute Form und so, relativ gut hier mit den Jungs dort. Und das habe ich ihm gleich gesagt. Also wie gesagt, was das Sportliche angeht, war er ja super, hat er jetzt auch super abgeliefert und wie diese ganze Streitgeschichte ja zustande kam, war er ja damals, als er da nicht so abgeliefert hat, aber halt immer sehr großmäulich in Anführungsstrichen sich gegeben hatte, du weißt. Das war ja das Problem, warum ich überhaupt mit ihm angehe, oder weil er dann so gewisse Dinge gesagt hat, die dann mich betrafen oder ich mich angesprochen gefühlt habe oder viele auch der Meinung waren, oder dadurch kam das ja erst, die dann sagten, hier guck mal, der Maik da und so. Und ja. Wie hat er das auch angenommen, dass du ihm jetzt beim Mr. Olympia die Hand gegeben hast und ihn gratuliert hast? Er kam ja schon öfter als auf mich zu. Er ist ja kein nachtragender und ich eigentlich auch nicht und so. Also wie gesagt, wir waren ganz komfort. Also war nicht so, dass ich ihm jetzt aus dem Weg gegangen bin oder dass ich ihm noch einen Spruch geknallt habe. Ich habe gesagt, es sieht gut aus, habe ihm die Hand gereicht. Das ist sogar in meinem Video drin. Ja. So im Meet & Read Video ist es drin. Da kann man das sehen sogar. Also ich habe dann gesagt, hier mache ich Sommerfeld und so, da sieht gut aus und habe auch noch gesagt, sogar alles Gute für das Wochenende und für den Wettkampf. Ja, und er hat auch das Beste daraus gemacht. Also war auch relativ gut. Wie gesagt, er hätte jetzt auch weiter vorne landen können. Also es war eine knappe Kiste da unter den Jungs, muss ich sagen. Also es war spannend. Meinst du, er kann alles gefährlich werden irgendwann? Denke ich schon, ja, kann er. Wenn er noch richtig knüppelhart, richtig doll knüppelhart so. Also wie gesagt, war schon sehr hart. Also ich bin ja selber noch nicht so richtig knüppelhart gewesen. Die Form war schon super. Wenn er das so schafft, also, ja, war gut so. Die Martina meinte auch so in dem anderen Podcast, der war ein bisschen verlegen, so, das kannte man nicht. Das fand ich nur auch ein bisschen so, was ich gesehen habe. Also ich habe ja die Vorwahl mir ja selbst angeguckt, da bei dem Prejudging, also das Prejudging da bei der, bei der Endspur habe ich ja gesehen und so. Das, ja, kann er noch natürlich ein bisschen aggressiver an der Bühne rangehen. Aber ich glaube mal, wie gesagt, beim Olympia ist halt, hat man auch Respekt vor. Klar, klar. Sonst kann er mal Prosen Sie mir aber die buchen. Ja, glaube ich, das macht er auch nicht unbedingt besser. Aber wie gesagt, so die sportlichen Leistungen, das war ja auch das Problem damals mit ihm, Joyce. Ich habe, glaube ich, das weiß auch keiner, kann ich ja mal hier nennen. Ja, fing ja einmal an damals, weil ich im Live-Chat dann, so fing das ja eigentlich so an, glaube ich sogar. Im Live-Chat bin ich gewesen bei mir hier zu Hause, habe ich es bei Instagram live gemacht und dann habe ich, irgendwie war ein Wettkampf gerade gewesen, das war damals noch auch so zu Corona-Zeiten, Alicante oder so irgendwas war das und dann war er dann auch nicht so gut in Form und so und das habe ich dann gesagt da zu dem Tag, weil die mich dann fragten, im Live-Chat, wie fandest du mein Sommerfeld? Und da habe ich gesagt, ja, der war jetzt nicht so dick, so war nicht so doll und so. Und dann irgendwie nächsten Tag schrieb er mich an, da hat er mir auch gesprochen bei Instagram, ja Steve, ich habe gehört, du hast über mich gelästert gestern und so, du hast über mich abgezogen. So, da habe ich ja gesagt, da habe ich gesagt zu dir, Mike, ich habe nicht ein Wort schlechtes über dich gelästert. Ich habe nur deine Leistung bewertet und darüber habe ich gesprochen. Ich habe nicht einmal gesagt, der Mike ist scheiße, der Mike ist ein Arschloch oder der Mike ist doof oder irgendwie. Da habe ich halt nur gefragt über diese sportliche Leistung und da habe ich, dass die Welt, Kampfleistung genannt und dann hat er sich angegriffen gefühlt und dann ging das eigentlich schon damals so ein bisschen los. Da hat er noch gesagt, da war ein bisschen so beleidigend, also beleidigt so. Ja, du musst ja nicht, du bist ja auch nur kein Kampfrichter und irgendwie sowas fing ja dann an. Nur mehr Internes will ich ja so auch nicht preisgeben, dass er noch sauber wieder ist. Da will ich gar nicht drüber reden. Das soll ja kein Beat-Podcast sein. Ich will einfach nur mal ganz kurz fragen, ob es irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man sich wieder vereint. Ja, kann man ja mal machen so, aber wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen so anderer Meinung als du, dass man alle so, alle sich, alle Brüder sein müssen, wie man so heute sagt, alle Bros und so. Jeder soll so sein, wie er, jeder muss so sein, wie er ist und das heißt ja auch nicht, dass jeder mit jedem kann und so. Das ist eben das, was ich auch meine in den Videos. Du musst ja nicht, heutzutage, ich finde es so falsch, wenn du dann so Videos siehst oder meinetwegen Hans-Peter mit Max Klein macht ein Video und eigentlich habe ich letzte Woche Hans-Peter getroffen, wo er noch über Max Klein schlecht geredet hat und dann macht er ein Video mit dem, weil Max 2 Millionen Follower hat. Verstehst du das? Das ist so, das ist alles falsch. Und wie gesagt, es ist eben auch so, dass nicht jeder mit jedem klarkommt, das ist vollkommen menschlich, ja. Ich kann auch ganz klar sagen, warum ich mit Mike jetzt nicht so super konform bin, weil er eben auch total so der Komplizierer ist und da alles so extrem da. Ja, wie gesagt, es ist unterschiedlich. Damals war es halt so, und wo ich dann immer manchmal so denke, ja, warum macht er da, mach doch keinen Hehl drauf, mach doch nicht so einen Affenbeink, so, weißt, denk ich mal. Mach es doch einfach, machen und dann ist gut. Und das war eben damals so, wie gesagt, dass ich auch mal das euch sage so, das war eben damals so, dass er viel gelabert hat und viel kompliziert und extrem und einen Hehl draus gemacht hat und dann er bei der Leistung, kam nicht viel raus. Das war eben das Ding, weißt du? Ja. Wie gesagt, man muss sich auch nicht alles alle mögen und alle lieben, das verlage ich ja gar nicht, aber ich finde halt dieses, der Beef wird halt viel zu oft irgendwie benutzt, um irgendwie Werbung zu machen oder sich ins Gespräch zu bringen und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Das will ich dir jetzt nicht unterstellen, das will ich auch Mike nicht unterstellen, aber das ist generell so, finde ich, oft. Also wie gesagt, ich brauche kein Beef, um ins Gespräch zu kommen. Aber ich bin halt so ein Typ, ich sage meine Meinung und dann... Wie fandest du generell bei einer offenen Klasse, den Mr. Olympia, wo wir schon mal über Mr. Olympia gesprochen haben? Den fand ich gerecht, so gerecht, also war schon gerecht platziert, sag ich mal alles, war geiler Wettkampf, war spannend. Ja. Was auch die Geschichte mit Rami angeht, damit dieses, ob er nur erst so gut ist, weil er rechts außen steht, weil er so gut ist oder ob es so... Zu dem Zeitpunkt war es halt so, wir haben da dann ganz oben gesessen und konnten nur auch nicht so richtig... Von oben konntest du nicht so richtig sehen. Ich konnte immer nachher erst im Internet die Bilder so sehen und die Vergleiche von nahen, dann siehst du halt, wie wirklich wer in Form war und da war dann halt schon nachher zu sehen, dass Rami natürlich nicht so gut in Form war. Ja. Jetzt hast du ja vor die paar Tage mit Dennis, James und Rami auch so ein bisschen verbracht. Hat sich das angedeutet schon die Tage vorher? Gar nicht, nein. Dennis, James hat uns auch da Fotos gezeigt, wo er wirklich sehr gut aussahen. Hat er jetzt auch nochmal ins Internet geschrieben haben und nochmal sich die rechtfertigste Anführung gestellt, sag ich mal, weil er ja dann auch jetzt, was ich auch nicht so ganz verstehen kann, weil er ja dann so an den Pranger gestellt wird jetzt, weil er gesagt hat, dann in meinem Video, ja, wenn der Rami nicht gewinnt, dann habe ich keine Ahnung vom Bodybuilding oder habe ich nichts mehr mit Bodybuilding zu tun. Da habe ich auch nochmal letztens auch schon gesagt, es ist ja klar, dass er als sein Freund, als sein Trainer oder mittrainierender wie auch immer, dass er dann zu seinem Athleten steht und dass er da nach der Vorwahl nicht sagt irgendwie, ja, der wird jetzt hier heute verlieren, so weißt. Das wird den Big Bang ja auch unsicherer machen, macht er keinen Trainer nicht, macht er keinen Freund so, weißt du, wenn ich beim Wettkampf schlecht bin in der Vorwahl, kommt er auch mein Freund nicht und sagt so, heute warst du richtig schlecht, umso schlechter gehst du ja zum Finale, gehst du damit, weißt du, gehst du so auf die Bühne so mit zum Kopf, weißt du, du musst da hingehen und sagen, ey Alter, ja, wird knapp oder war nicht so gut, war, ein paar Sachen hast du vielleicht nicht so gut, aber geht weiter, du holst das Ding noch, du kämpfst und so, so danach kannst du ihm sagen, so ey ja, war ein bisschen so. Was sagst du zu Rami als Smido-Docs-Athlet, hat dich das gefreut, überrascht oder? Hat mich sehr gefreut, natürlich, so ein echt dufter Typ so, der ist auch auf dem Boden geblieben und sehr, sehr bescheiden, kommt auch aus dem Nichts so, also war jetzt keinem, der irgendwie, dem es gut ging vorher, der reich war oder irgendwie so, hat er auch gesagt, also passt schon, ein gutes Team einfach. Okay, jetzt auf dem Olympia zu sein und sich das Ganze auch nochmal anzuschauen, hat das wieder so dieses Feuer entfacht, zu sagen, so nächstes Jahr komme, was muss, da muss ich wieder auf dem Olympia stehen? Ey, so bin ich nun gar nicht. Wir wissen ja alle, dass es auch, dass unser Sport auch mit Konsum zu tun hat, davon so gewissen Sachen und dass die ja nur auch für die Gesundheit nicht so gut sind, dass ich da so mir sage, jetzt Feuer frei und jetzt alles kostet, was es wolle, so bin ich nicht. also das, wie gesagt, für mich steht immer im Verhältnis, dass die Gesundheit im Vordergrund steht, dass ich da das noch ein paar Jahre machen kann und dass ich mich nicht kaputt mache. Ich habe auch, der Ben fragt da auch, wie gesagt, wegen den Titeln und so, da sage ich so, größter Titel ist 20 Jahre Bodybuilding und immer noch gesund und glücklich und das ist das Wichtigste. 20 Jahre Bodybuilding habe ich jetzt gemacht, gesund und glücklich und das soll auch so weiter in den nächsten 10 Jahren weitergehen. Das ist für mich wichtig. Ohne Verletzungen, ohne Abrisse groß, ohne die Kack. Das ist für mich wichtig. Oder im Endeffekt diese ganzen Titel, wie ich schon gesagt habe, die Weltmeister, die Joran und das, fragt keine Sau mehr. Heute ist hier 95.000 Follower Instagram, das weiß ich nicht. Da fragen die nach. Herzlichen Glückwunsch. Noch 5.000 bis zu 100.000. Ja, im Moment bleibt es stocken, bleibt stehen. Keine Ahnung. Ja, pass mal auf, wenn du den Podcast hier gemacht hast, dann geht es durch die Decke. Okay. Hoffen wir es. Sehr gut. Also Leute, folgt dem Steve auf jeden Fall. Du hast gesagt, du willst jetzt auf die Gesundheit achten, das ist natürlich total intelligent und total klug ist, aber liegt es auch vielleicht daran, dass du schon mit einem Auge so ein bisschen auf das Karriereende schielst oder? Ja, auch, klar. Ja, natürlich. Wie ich schon gesagt habe, will er gut rauskommen und will er auch zurückblicken und sagen, du, ich habe mich mit dem Sport nicht kaputt gemacht oder so. Es hat sich gelohnt oder es hat mir was gebracht oder es hat Spaß. Also wie gesagt, ich meine, den Sport trainieren werde ich ja immer noch weiterhin so und wir haben auch schon gesagt, gestern zum Ben, wenn ich dann wahrscheinlich eigentlich jetzt die Profi-Laufbahn und wenn ich dann irgendwann selber sehe, ich muss selbst das Video gucken und sagen, oh Gott, Scheiße, heute siehst du richtig Scheiße oder da ist zu sehen, dass da der Muskel atrophiert oder dass da irgendwie was, was nicht mehr irreparabel ist, was ich für den nächsten Wettkampf ändern kann, dran, weiß ich, wie ich meine, also dass da irgendwie so der Trizeps abgefressen aussieht oder der Bein oder die Brust, so weiß ich, wie beim Markus Rühl, so eine Brust da von innen da so gut abfrisst. Wenn ich das sehen würde, dann würde ich sagen, du, das war es jetzt etwa dann oder vielleicht würde ich dann noch mir sagen, ich gehe nochmal in die Amateurgeschichte zum NAC, da habe ich mich ganz wohl gefühlt zum Beispiel. Dann der Chaos, mit dem verstehe ich mich sehr gut, bei den Jungs da vom NAC, die sind echt, zu denen habe ich guten Bezug und da habe ich mich sehr wohl gefühlt damals und dann würde ich so nach da so eine Meisterschaft machen und dass ich da vielleicht, da kannst du ja auch so, wenn du da dort, da ist zum Beispiel geil, du bist der deutsche Meister, dann fliegst du mit zur Weltmeisterschaft, die bezahlen alles, übernehmen alles und da ist so ein Teamgeist und dann sitzt du da nach der Meisterschaft zusammen zum Essen und das hat Spaß gemacht damals so. Als ich schon jünger war und meine ersten Männerjahre habe ich da noch gemacht, da blicke ich noch zurück, das war eine geile Zeit und das würde ich dann vielleicht nochmal wieder machen. Ja, klar. Also du wirst dem Sport irgendwie auch erstmal treu bleiben, auch nach der Profikarriere, aber hast du dann irgendwie andere Sachen nach Karriere das geplant, also wie du dein Geld verdienen wirst oder meinst du, dass du auch weiter bei Smilodox unter Vertrag bleiben könntest? Ja, ich würde dann wieder, aber erstmal würde ich dann wieder, ich würde dann wieder als Trainer arbeiten natürlich, ganz normal. Ja. Habe ich ja damals hier schon ein Fat One und so und ja, wie gesagt, zwei Drugs bieten mir ja die Möglichkeit, dass ich mich jetzt voll auf Bodybuilding konzentrieren kann und das, wie ich schon sagte, bevor, dafür bin ich dann dankbar und das versuche ich noch so lange wie möglich dann, ja, dort meinen Beitrag standzuhalten, dass ich dort den Kreislauf standhalten kann, sozusagen. Jetzt hast du Fat One erwähnt und da würde ich ganz gerne drüber sprechen, weil ich trainiere tatsächlich in den Fat One, in dem du gearbeitet hast und ich habe dich auch damals, bitte? Genau, da oben stand, Bogalea. Ja, genau und ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo du da warst, die Anfangszeiten, wo der legendäre Masse schreit dann ab und zu durchs Studio halte. Wie war die Zeit so für dich als Fitnesstrainer und warum hast du dann irgendwann aufgehört im Fit One zu arbeiten? Tja, naja, der Masse schreit war gut, der war aber nicht ganz mal so gern von anderen gehört, sag ich mal so. Das ist ja das Publige, das war ja so, Teil Publikum, manche fanden es geil, manche wieder nicht so. Aber an und für sich war ich ja dort ein beliebter Trainer, war ich auch gefragt oder es war oft so, dass auch viele so durch meine Art, durch meine offene Art auch auf mich zugekommen sind. Also ich war schon da, ich war ein guter Mitarbeiter, sehr guter Mitarbeiter, bis ich mit dem Chef dann auch aneinander geraten bin und da haben dann unsere Verhältnisse sich getrennt dann so ungefähr. Okay. So, da war es dann mal zu. Und da, ja, aber sonst war es echt eine geile, war es geil, hat Spaß gemacht da. Wir haben ein geiles Team damals. Bin da auch damals durch die, durch meine ehemalige Mitbewohnerin hier von der Wohnung, wo ich jetzt wohne, die auch aus der Schwerinerin war, bin ich dann zu dem Job auch gekommen und hab da, wie gesagt, ich glaube, ich war einer der längsten, die dort gearbeitet haben. Ja. Ich glaube, ich habe über zwei, drei Jahre fast da gearbeitet so und es war eine geile Zeit. Wie gesagt, würde ich heute jederzeit wieder machen. Ich hatte ja dann wirklich ein, wie nennt man das, ich komme jetzt nicht auf den Namen, unbefristeten Arbeitsvertrag nachher bekommen. Ja. So, und war über zwei Jahre dann da und das war eben das Traurige, dass meine anderen Jungs, mit denen ich dann da angefangen habe, dass die dann alle so Stück für Stück gegangen sind so und weg waren nachher und dann war ich dann ja noch mit den anderen, das ist schade natürlich. Schade. Aber das Studio an sich ist ja ein geiles Studio. Könnte ein bisschen mehr gepflegt werden, ja, aber Heiko ist auch noch da. Also ich habe damals versucht, das immer zu pflegen. Das ist gut, das ist gut. Damals habe ich bemüht. Also, wie gesagt, damals war es ja auch noch so ziemlich neu so, also war ja, gerade wo ich da war, war ich so ziemlich zu der Eröffnung. Ich glaube, zwei Monate später bin ich da angefangen. Ich hörte so, sonst gibt es ja wirklich sehr viel Mühe da. Ist ja auch auf Fibro war der vertreten und so, macht auch viel Werbung und öffnet viele Storz hier. Also wie gesagt, Langhorn ist ja noch, glaube ich. Ja, genau. Und dann noch irgendwo, also. Harburg, glaube ich, ne? Ja, Harburg auch noch, genau. Sonst, wie gesagt, sonst waren die Studios, die Geräte waren geil, neue alles. Ja. Hier schon John Reed, das ist auch gut, muss ich sagen. Hier macht auch Spaß, hier um die Ecke. Und ja. Ansonsten, ja, Massekeller, so mache ich noch. Und ja, manche sagen ja immer so, das Studio ist auch noch wichtig da und so und das muss man da die besten Geräte haben, aber das sehe ich auch anders. Mein Olympik ist auch noch, kennst du auch noch Olympik? Wollte gerade sagen, bist du noch ab und zu? Wenn ich es schaffe, gehe ich mal, so alle halbe Jahre bin ich, bin ich auch noch mal da mit Klaus. Also wie gesagt, man kann auch mit einfachsten Geräten und einfachsten Sachen einen guten Körper aufbauen. Haben wir alle spätestens während der Pandemie gelernt. Ja, also wie gesagt, ich habe noch damals für den einen Wettkampf in der Pandemie noch vorbereitet, allein nur im Massekeller. Ja. Und habe einen zweiten Platz dann da in Portugal damals gemacht. Das war mein bestes Paket bisher jetzt. Guck. Back to the roots. Ja, das ist echt so. Gut Steve, mit meinen Fragen, bin ich eigentlich soweit durch, aber es gibt noch ein paar Zuschauerfragen. Die sind jetzt dann weniger geordnet, aber wollen wir einfach mal durchgehen? Wenn du noch Zeit hast. Hau raus, du. Okay. Warum bist du ursprünglich nach Hamburg gegangen? Warte mal, ich will noch kurz, wo ich mein Schlaubertuch, einmal nochmal schnauben, mit meinem Schluck Wasser. Ich brauche mich nach Hamburg gegangen. Habe ich gerade schon kurz erzählt? Warte mal. Naja, ich bin nach Hamburg gegangen 2016 hat es angefangen. Ja. Bin ich nach Hamburg gegangen, weil, wegen dem Job so, der Job hat mich gereizt dann. Im Fit One, tatsächlich? Ja, ich hatte Bock drauf, weil wie gesagt, die Bella hier, die mit der kam ich gut klar und dann hat sie noch von ein, zwei anderen Leuten erzählt, die da auch arbeiten und dann habe ich mir gesagt, das mache ich, da bin ich von, und ich hatte Schwerin, ist halt keine großen Möglichkeiten da so, ist auch so, ja, das ist tot, die Stadt ist tot, so ist, jedes Mal, wenn ich da rüberfahre, dann denke ich so, gut, dass ich den Schritt gemacht habe, nach Hamburg gegangen bin, ist so halt, ja, Todesstadt, da sind nur noch Rentnerwohner und du musst mal schön im Sommer auch mit dem See und so alles, aber sonst kannst du da nichts, keinen Blut drauf holen. Da bin ich, das war der richtige Schritt für mich. Ursprünglich hast du auch Koch gelernt, oder? Ja, genau, ja. Warst du kein Lust mehr zu arbeiten in dem Bereich? Nee, ist auch undankbar und stressig noch. Ja, okay. Wieso bist du nicht mal bei GN und wie kam da Kontakt mit Uwe zustande? Na, bei GN hat sich so dann so ergeben, dass ich da, wie gesagt, ein gutes Angebot von Uwe halt bekommen habe und dann, dass der Vertrag ist ausgelaufen, dann habe ich das mit Uwe dann, Uwe, besseres Angebot gemacht, dann bin ich zu Uwe. Okay. Ganz einfach so. Aber da war ja auch noch irgendwie, dann als du in Mexiko warst, hast du ja auch jetzt ein bisschen die Wertschätzung gefehlt oder sowas alles, oder? Deswegen bin ich also dann zu Uwe. Okay, alles klar. Lassen wir es dabei. Ja, das, wie gesagt, so ist es halt im Business. Das habe ich schon alles mit eingebaut. Kommen in Zukunft nochmal Videos mit Heiko Kalbach oder Martin Ratkowski? Mit Heiko Kalbach auf jeden Fall, der ist ja hier um die Ecke auf jeden Fall. Mit Martin Ratkowski, Quatsch, wir sind immer im Kontakt, auch super Typ so. Würde ich gerne machen, aber er ist halt immer so weit weg, das Problem. Wenn er wieder, wenn er das nächste Mal in der Nähe ist, wird das auf jeden Fall kommen. Also Martin, komm mal nach Hamburg. Ja, wie gesagt, er passt ja, er ist ja auch so ein lustiges Kärchen so und sowas passt halt so. Wie gesagt, ich bin halt so ein Typ so, habe ich ja gerade vorhin gesagt, ich mache gerne Videos mit was Authentisches, wo ich dann auch wirklich, mit Martin ist es halt so, mit dem würde ich mich privat auch treffen, ohne dass die Kamera dabei ist. Einfach trainieren, einfach was essen gehen und so mache ich halt auch gerne meine Videos, dass das halt auch real ist und dass es halt authentisch rüberkommt. Martin und ich, wir passen auch. Da würde guter Content entstehen und lustige Sachen und Gibt es da noch mehr so Leute, wo du sagst, aus ganz Deutschland, die findest du eigentlich hammerwitzig und sympathisch, mit denen würdest du gerne mal was machen, aber sie wohnen zu weit weg? Puh, ja, mein Kumpel Maverick, Martin, der ist jetzt auch bei uns im Team, der wohnt in Berlin leider. Ähm, ja, der fällt mir noch ein. Ja, mit dem Bundesheim kann man schon mal was machen, so auch noch, der wohnt leider auch zu weit weg, mit dem verstehe ich mich gut. Ansonsten, ja, so von den anderen denen, so bekannte denen, Kevin Gebhardt finde ich, komme ich auch gut klar, mit dem würde ich sonst auch sowas drehen, was videotechnisch ist, aber die wohnen halt alle zu weit weg, so, das ist immer so, ja. Mit dem Urs kommt es auch gut klar, ne? Urs natürlich, ja, Entschuldige, Mensch Urs, ja, du hast vergessen, Urs, so, gestern noch mal die geschrieben, der hat seinen Flug gecancelt hier, seinen Flugflug ist gecancelt, er steckt in Detroit fest, habe ich auch gesehen. der steckt da fest, mit Urs, ja, wie gesagt, mit Urs, sobald er jetzt, wie gesagt, angekommen ist und im wahrsten Sinne des Wortes angekommen ist, so, dass er sich erstmal so sich niederlegt und ein bisschen so alles zur Ruhe kommt, dann haben wir sowieso so froh, dass er nochmal uns in Berlin landet. Berlin, Hamburg ist ja nicht weit, also mit dem ICE fährst du ja in zwei Stunden bist ja da. Ja, wir hatten uns jetzt im Sommer auch schon getroffen, einmal so waren wir kurz davor, aber dann war irgendwie irgendwas, war das Zirken gekommen, das weiß ich nicht mehr, da hatte er dann ein Meeting hier bei ESN und das ging dann ein bisschen länger und ich musste dann auch zum nächsten Termin irgendwas, glaube ich. Schade, ja. Dann, glaube ich, ein Fan-Training oder sowas, glaube ich, habe ich gedacht. Ja, so war das genau. Das war am Wochenende, er hatte, er hatte dann irgendwie ein Meeting bei ESN hier hinten, da ist es ja, Penneberg oder was, da hinten sind es ja irgendwo und dann wollten wir zum Mittagessen gehen und das hat sich dann verlängert und dann hatte ich später ein Training mit jemandem, ich meine, also Fan-Trainings hier, so Trainings mit so Leuten, die dann mit mir ballern wollen und dann wusste ich da halt so weit. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, also Urs, komm gerne auch noch nach Hamburg. Genau. Wir begrüßen dich hier gerne. Genau, so machen wir. Komm mal da ins Pop, du bist ja im Pop-Weiser auch ab und zu, oder nicht? Oh, da habe ich ein, zweimal trainiert mit Enrico, aber ansonsten bin ich eigentlich eher hier so auf der Ecke Volkspark. Achso, okay. Wo wohnst du, in welcher Ecke? Muss ja nicht. Barbeck. Ja gut, andere Ecke. Ja. Da war ich letztens im Spa, im Meridian Spa. Da oben, achso, aber das ist nicht so. Ne, das ist doch total bescheuert, mit dieser Wendeltreppe zum Ruheraum und. Genau, ja, da ist der andere Spa besser, der in Ransbeck. Der ist, der ist richtig gut. Ja? Oh, da war ich schon nicht, war nur Eppendorf. Ja, Eppendorf ist auch gut, Ja, Eppendorf ist auch gut. Das ist der kleinste, hier in Barbeck ist der kleinste. Ja, schrecklich, ich fand es total verwinkelt, aber naja. Ja, sonst ist gut, da stehe ich drauf. Ja. Gut, wirst du auf der FIBO sein? Kommt er auch? Ja. Geil. Also dort jetzt gehört Neosubs, Smilodogs, Begarami und Steve am Start. Ja, genau, da wird was, hoffentlich. Kommt uns besuchen, wir freuen uns. Wird 2023 ein Teil-Report mit Schulze kommen? Auf jeden Fall. Echt? Ja, da freue ich mich drauf. Ist geplant, ja. Schulze, findest du gut, ja. Ja, generell einfach auch dich und Schulze in Kombination und dann. Ja, Schulze ist gerade dabei, sein Comeback zu machen, sein Buddy-Comeback, ist gut dabei und mal schauen, vielleicht kommt er auch auf die Bühne 2023. Er ist ja noch auch nicht mehr der Jüngste mit 44 jetzt so und ist zuletzt gestartet, da war er, glaube ich, ja, nicht 24, aber so Mitte 20, so irgendwas. Mal gucken, vielleicht hat er noch mal Bock. Aber er ist auch, macht es immer Spaß mit ihm. Also wie gesagt, der Schulze kommt wahrscheinlich mit und noch ein paar andere Jungs von uns. Hat er schon geplant, dass ihr nach Thailand wollt? Das ist eine Planung von mir. Mega cool, mega cool. Welche Wettkämpfe hast du 2023 geplant? Hast du schon welche geplant? Wahrscheinlich New York? Nee, New York ist mir zu früh. Ich sage jetzt, jetzt, heute sage ich, New York ist mir zu früh, aber wer weiß, was im Mai nachher siehst du mich da stehen. Das kann man auch sehen. also, wenn es mich total juckt, so. Aber, eigentlich, wie ich eben schon sagte, ich müsste eigentlich mal wirklich eine längere Off-Season machen, wenn ich so richtig mich jetzt verbessern muss und so, dann muss ich schon jetzt mal, wie gesagt, bin er jetzt noch gerade in der Recovery-Phase, Detox und wie man es alles heutzutage nennt und so. Ja, jetzt geht es im Januar dann erst so massephasemäßig los und das ist ja nicht, wie gesagt, ich wollte es nicht wieder so machen, dass es nur sechs Wochen, dann wäre mir auch wieder nur sechs Wochen. Das wäre mir, das wäre da halt leider, ansonsten wäre ich echt so gerne nach New York wieder geflogen, ist auch geil, dann danach mit den Jungs in New York da Pizza essen und das war auch mit Uwe, Uwe fand das auch so geil, der hat da auch vorhin geschwärmt, ich meine, mal sehen, Uwe meinte auch, vielleicht fliegen wir auch so nach New York mal zum gucken uns den Wettkampf an oder und gucken mal zu und dann fahren nochmal da bei der Freiheitsstraße vorbei und mal gucken. Ja, das mit Uwe klappt gut, mit dir und Uwe? Das scheint zu harmonieren. Das ist super, ja, also bin sehr zufrieden da, so. War, 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 war ein richtiger, richtiger Schritt, das zu Uwe. Ja, freut mich total für dich, Mann. Ähm, mhm. Was hältst du davon, in der Off-Season mal so ein paar Frauenübungen einzubauen, sprich sowas, also in Anführungsstrichen Frauenübungen, für die, die zuhören, sprich sowas wie Hipthrust, Kickbacks und sowas, um deinen Gluteus in den Griff zu kriegen? Ja, habe ich ja schon, habe ich ja schon jetzt, auch schon jetzt in der Vorbereitung gemacht, meinen Arsch trainiert extra jetzt. Ich habe den ja früher nie extra trainiert, das habe ich ja jetzt schon ange, also habe ich schon gemacht jetzt. Okay. Arschübungen eingebaut, weil der muss ja ein bisschen streifiger werden, ja. Habe ich schon gemacht, bin ich schon bei. Glaubst du, dass du dein Posing noch verbessern könntest und dir dafür vielleicht Hilfe holst? Ja, könnte ich, ja, könnte ich, ja, brauche ich, also verbessern, ja, und auch vielleicht mit dem einen oder anderen nochmal, wenn es dann soweit ist, nochmal üben. Aber ich bin halt, wie gesagt, nicht der Typ, der jeden Tag da Formchecks machen muss, der sich dann da die Kamera aufstellt und jeden Tag Formchecks und, ja, aber einmal regelmäßiger zu Klaus fahren oder sowas, sowas wäre dann vielleicht drin. Genau, sowas habe ich ja früher schon gemacht. Zum Klaus mal fahren, das macht Spaß auch, das macht mir auch Spaß. Aber so ist es halt mehr so, wo ich so denke, ja, jeden Tag da gucken und das ändert so nicht, ändert so auch nicht so. Hast du noch Hobbys neben dem Bodybuilding? Ja, ich gehe angeln ab und zu mal, gern, bin Angler und Wichsen auch noch. Ich gucke gern Pornos, wenn man das als 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 dann schließe ich gleich die nächsten Fragen hier an. Kommt der Onlyfans-Kanal? Ist doch schon, läuft schon, ist schon online. Also guckt doch, geht auf Onlyfans. Ach Quatsch, echt? Es ist schon online. Habe ich schon am Start, ja. Und läuft? Hä? Ja, ich mache da, ist jetzt nicht so, da ist sowas, nur mehr für die Gay-Fraktion, so. so ein bisschen krass, ein bisschen freaky Material, aber keine richtige Pimmel und so. Okay, okay. Also für alle da, die jetzt, was ich auf dem Pimmel sieht man nicht, haben sie den nur durch der Buchse. Hättest du nicht sagen sollen, jetzt melden sich wenige an. Ja, ich bin zu ehrlich für sowas, da bin ich zu wenig Geschäftsfand. Krass. Glaubst du, dass solche Filmchen, die du da gemacht hast oder auch machst, Einfluss darauf haben, wie du bei Bodybuilding Wettkämpfen bewertet wirst? Es gab ja immer dieses Gerücht, dass Kai Greene zum Beispiel nie Mr. Olympia gewonnen ist, weil er diesen Grapefruit da mal... Ja, denke ich schon, so denke ich, könnte so sein. Reuss Tage sind ja die Kampfrichter auch alle bei Instagram und dann, wenn sie da bei mir sehen, den Linktree und dann auf OnlyFans wandern und dann sowas da gucken, dann wird das dem einen oder anderen schon nicht gefallen. Es gefällt ja auch dem einen oder anderen Zuschauer auch nicht, die dann sagen, ja guck mal, was habe ich jetzt auch schon gehört, dass dann über Ecken und Ecken, dass dann sie sich bei Freunden so sagen, hier der Steve, der ist kein gutes Vorbild oder kein guter Darsteller des Sports, weil er ja auch in der Geschichte so freizügig ist und ja. Aber das ist... Ich weiß auch nicht, du machst das, was du möchtest. So sieht es auch aus. Ich muss ja nicht hingucken, der muss ja nicht... Oder der muss ja mich nicht gut finden. Aber wie gesagt, generell ist es ja so, heutzutage Sex hält's und das Schlimme ist ja bei Instagram, wenn die Mädels da ihre Titten zeigen und da ein bisschen so Arsch und alles, das geht alles, aber bei Instagram, sobald du da ein bisschen, mein Kumpel hier, Rico Lopez, wenn der da seine Buchse, da seinen Pimmel da aus der Buchse guckt, dann wird er öfter gesperrt schon und... Er muss ja nicht mal aus der Buchse gucken, da muss er nur die Beute da haben. Ja, meine ich, also die Beute durch die Buchse gucken und dann kriegt er schon Sperrungen und so und der hat auch ganz arg Probleme da, ne? Ja. Der darf dann gar nichts so, das ist dann wieder so ein... Wie nennt man das Wort? Ich weiß nicht gerade, äh, komm nicht aufs Wort so. Ja, so... Ja, neilig, keine Ahnung. Ja, so irgendwie so. Auf jeden Fall ist es unfair einfach auch so, weißt du? Also die Mädels dürfen das und die Männer es nicht und so und, äh, aber andererseits in der heutigen Zeit, Alter, ist es ja nicht mehr so schlimm, sag ich mal. Also wen das interessiert, ich habe da mit Rico auch einen Podcast gemacht, findet ihr auch auf dem Kanal hier. Einfach mal zurückscrollen, ein paar Folgen. Genau. Hier haben wir noch ein paar Fragen und zwar ein paar schöne, auch mal ein paar tiefgründigere. Ähm, welchen Moment würdest du in deinem Leben gerne noch einmal erleben, wenn du es könntest? Äh, welchen Moment? Äh, ach, boah. Welchen Moment, welchen Moment? Ja, den Moment, wo ich zum Beispiel das erste Mal Wettkampf gemacht habe. Mein erster Wettkampf. Der war ein geiler Moment. Hast du dich sofort wohlgefühlt oder warst du nervös wie Bolle? Nö, ich bin da auf der Bühne, so... Ich habe Ronny Krömer-Videos damals mal geguckt, bin so auf der Bühne, so. Echt? Ich habe so Gangster-Musik angehabt und 30 Leute aus meinem Studio waren immer zugucken. Geil. Das waren so Momente so. Ansonsten so, ja, ja, da war auch ein Freund dabei, der gestorben ist später, der hat da richtig rumgebrüllt. So ein paar Momente mit dem würde ich noch gerne. Ja. Würde ich dann wieder haben. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass es kommt, mein Pro-Card-Gewinn, aber diese kleinen Wettkämpfe dann doch irgendwie dann mehr hängen geblieben in Erinnerung, ne? Ja, das war, das würde ich auch noch, würde ich auch noch erwähnen, vielleicht das auch noch, aber das erste Mal war, das erste Mal ist schon das Geilste. Okay. Cool, finde ich cool. Ähm, hast du Vorbilder? Boah, ja, jetzt kein total festes, direktes so, aber, also da, oder heute ist es ein bisschen anderer, also damals zum Beispiel hat mich dann ganz stark der Dorian Yates halt, der, der hat mich gut inspiriert, da habe ich auch Bücher vorhin gelesen und Videos dann halt geguckt, so, wie gesagt, komme ich auch noch aus der Zeit, da gab es kein Instagram, da musst du es in Videokassette bestellen bei, bei der Flex, der Flex-Zeitung und, ähm, oder ein Buch lesen von ihm, der hat mich inspiriert, der ist cool, vom Körperbau so vorbildlich oder vom Posing auch, der Kevin Leroni halt, finde ich geil, so, äh, was früher angeht, so von heute so, so Jack Cutler ist cool auch, so Vorbild, auch was so die Industrie angeht, wie er so, hab gerade vorhin gesehen, wie er da wieder lustigen Clips abgedreht hat, äh, der ist geil, der Typ so, auch, auch so auf dem Boden geblieben, auch relativ, äh, respektvoller Typ so, hab ich auch schon so, wie gesagt, der ist halt so ein Typ, der auch, viele sind da ja so, wie soll ich sagen, bei den Stars oder bei den Bodybuildern habe ich so erfahren, manchmal so ist es so, nach oben, nach oben schleimen und nach unten treten, kennst du das Spritwort? Ja. Da sind die dann so, die geben den oberen Beachtung, das ist auch bei Urs so, was ich ganz groß schätze, Urs ist nicht so, Urs gibt genauso, der Putzfrau oder dem kleinen Mann da, weiß nicht, das weiß ich mal, genau so viel Beachtung, wie, meinetwegen, den Präsidenten von der IFB oder so. Ja. Oder Respekt, weißt du, was ich meine? Also so ist Urs zum Beispiel und so bin ich auch und Jack Cutler zum Beispiel auch so und das, wie gesagt, habe ich, habe ich ja erlebt, mit Dennis Wolf bin ich ja gewesen, bei ihm dann grüßt er den Dennis Wolf und gibt ihm die Hand und danach gibt er mir die Hand und sagt, hey, ich bin Jay und das habe ich schon erlebt, dass ich mit Dennis unterwegs war und dass manche nur Dennis grüßen und mich dann allerdings eben stehen lassen. Und da siehst du den Charakter, das sind so für mich so Blicke, wo ich dann denke, so okay. Man merkt schon, dass dir halt so Respekt und Wertschätzung extrem viel wert ist, ne? Ja, schon. Ich bin da alte Schule, so. Ja. Höflichkeit. Ja, ich bin auch so erzogen worden halt so. Ich habe oft Gespräche mit meiner Mutter, wo ich dann sage so, Mama, was haben die anderen für Mütter? So was, was, oder meine Mutter sagt, oder manche andere sagen, weißt du, Steve, geh nicht mehr von dir selbst aus. Weißt, weil ich dann immer von mir selbst ausgehe und sage mir, wie verhältst du dich, warum macht der das nicht so? Warum kann der nicht so und so? Das ist doch so und so. Dann spreche ich mit meiner Mutter und dann sagt sie so, Steve, du darfst nicht von dir selbst ausgehen. Ja, die Welt hat sich verändert. Ja, das, ja und wie gesagt, viel dreht sich nur um Geld, nur noch heutzutage auch Geld und das und dies und, und ja. Das ist aber mir nicht ganz so, ja. Du wohnst weiter in deiner ein, zwei Zimmer Wohnung da in Barmbeck? Ich wohne da, ich bin noch, bin zufrieden so. Ich bin glücklich, dass ich meinen Kühlschrank aufmachen kann, da drin habe, was ich, was ich bezahlen kann, wo ich mir keinen Kopf machen muss, wo ich nicht, nicht die Haferflocke umdrehen muss und sagen muss, kann ich mir jetzt die Tüte leisten? Da bin ich dankbar für so, das reicht mir. Und ich brauche kein Auto jetzt dickes oder irgendwelche Rolex Uhr hier oder sowas, irgendwelche, wie heißt es, Gegenstände hier, wo ich, mich jetzt im Mikrofil nehmen müsste, das ist jetzt nicht so mein. Die reicht dein Smilodogs-Sweater und deine Neo-Subs-Bestellung. Ja, ich bin da sehr zu, also die Smilodogs-Sweater sind super, also ich habe geile Jacken jetzt hier, Binderjacken sind cool. Ich brauche keine, Armani, oder wie heißt das hier, wie heißt das hier, ich weiß nicht mal, die haben alles von diesem, von dem ganzen Modekram hier da, weißt du? Ja. Brauche ich nicht sowas dafür. Hier wird auch nach deinem Lebensmotto gefragt, ist das wirklich dieses, ich will einfach nur Bodybuilding machen oder hast du noch ein anderes Lebensmotto? Ja. Meine Oma hat immer gesagt, der Mensch denkt, Gott denkt. Ja. Bist du bäubig? Ja, so ein bisschen leicht schon, ja, bin ich ja. So, dass ich mir immer so sage, jeder kriegt seinen Karma vom lieben Gott und so, das sage ich mir schon. Das ist schon so ein bisschen. So, alles kommt zurück oder so. Oder ja, wenn du gut bist, kommt das zurück. So, sag mal. Ja. Also einfach mal Kopf ausschalten, nicht alles überdenken, sondern das Leben leben. Zum Teil ist es ja immer mal so. Guck mal, ich sage dir heute so, wie ich schon sage, heute sage ich dir, meine Pläne sind so, nächstes Jahr treffen wir uns wieder, ein Jahr später, und dann sagst du, du Steve, du hast aber gesagt, da so und so bei mir im Podcast, das ist ja mal ganz anders gekommen. Ja. Damals ist es ja so, weißt du? Es ist in der Regel ja so, ja. Ja, ist halt so, oder weiß ich, weil man, es ist, ja, wie ich schon sage, der Mensch, du denkst dir das und das, und dann kommst du mal ganz anders, oder du bist krank, oder deswegen, und deswegen bin ich immer so, man soll glücklich sein, dass man gesund ist, oder so, weißt du, das ist also das Allerwichtigste auch, und so, dass man gesund den Sport machen kann, so, das ist eigentlich schon noch so, weißt du, wir reden jetzt hier von Wettkämpfen und so, und von Stoff reinballern, und ganz groß werden, und dick und rund und so, aber eigentlich ist das Wichtigste doch, dass du, dass du, morgen deine Beinpresse mit deinen beiden Beinen noch machen kannst, so, kann ein Kumpel von dir passieren, der geht morgen über die Straße, wird angefahren, beide Beine amputiert, so, der wird sich jeden Tag wünschen, ein Beintraining zu machen, weil er mit dir, weißt du, wie letzte Woche noch, vor dem Mundfall, weißt du, ja, das muss man sich auf der Mal bewusst sein, was man eigentlich alles hat, für mich glücklich und dankbar sein kann, so ist es, so sehe ich das immer, eigentlich hätte ich jetzt noch eine kleine Frage, aber ich finde eigentlich, das ist ein ganz gutes Stichwort, das heißt, wenn, es ging jetzt hier noch um Frauen, aber vielleicht beenden wir es einfach mal hier jetzt, an dieser Stelle, und wenn ihr wirklich dann wollt, dass Steve und ich nochmal ein bisschen über die Weiber und Frauen, und Steves Romanzen reden, dann müsst ihr es einfach mal fordern, dann machen wir vielleicht noch eine zweite Folge, wenn du Lust hast. Können wir machen, gerne, ja. Guck. Also, dann, wenn ihr das haben wollt, dann haut das in die Kommentare, falls noch irgendwas unerwähnt geblieben ist, dürft ihr es natürlich auch fragen, und dann würde ich tatsächlich von meiner Seite hier dieses Gespräch zum Ende kommen lassen. Steve, das letzte Wort gehört aber natürlich dir, und du darfst natürlich jetzt auch nochmal irgendwas loswerden, was du noch hättest sagen wollen, oder vielleicht auch nochmal ein bisschen den Leuten sagen, wo sie dich dann finden, und Werbung finden können und unterstützen können. Ja. Ja, ich will erstmal, erst mal wie gesagt, danke für deine Einladung, hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt gesabbelt hier? Oh, anderthalb Stunden, bestimmt. War schön, war, denke ich mal, sehr contentreich, oder wie man es zu schön nennt heutzutage. Hat auch ein bisschen, wie heißt das, Mehrwert gehabt vielleicht für den einen oder anderen. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, da freue ich mich über den Zuspruch, oder wenn es euch, den Feedback vielleicht in den Kommentaren, muss man ja mal reinballern ein bisschen, könnt ihr euch gerne, wie der Tom schon sagt, vielleicht Ideen fürs nächste Mal. Ansonsten, ja, bedanke ich mich, für den Support, für meine Fans auf Instagram, wenn sie mir Feedback geben, oder wie auch immer, hinter mir stehen. Und, ja, freue mich auf ein, auf ein spannendes und ein gesundes 2023. Jetzt freue ich mich auf Weihnachten mit meiner Familie, und, das war's. Danke dir, Steve. Also, wir sind gespannt, was 2023 von dir kommt. Hoffentlich kommst du noch mal wieder hier rein, und wünsche dir natürlich auch ein frohes neues Jahr dann, 2023. Wenn ihr unterstützen wollt, folgt ihm auf allen seinen Kanälen, Instagram, YouTube, und, ähm, mit dem Code Masse könnt ihr halt bei allen beläufigen Sponsoren von Steve, auch immer, gleich den maximalen Rabatt rausholen. Genau, genau. Also, dafür auch schon mal vielen Dank, immer Support, und, allen frohe Weihnachten, und guten Rutsch, wünschen uns ein gutes, geiles 2023. Und dir natürlich auch, Thorben. Dankeschön. Euch fürs Zuhören, vielen Dank, ne, ähm, denkt dran, bildet euch breiter, auch von mir einen guten Rutsch, ins neue, massige Jahr 2023, ähm, lasst es euch gut gehen über die Feiertage, und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Bildungsdiete. Ciao. Tschüss. Tschüss.